Ja, einen schönen guten Abend Ihnen allen hier vor Ort in der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen auch an diejenigen, die in den Livestream eingeschaltet haben, was durchaus den einen oder anderen verleitet, den Regen zu meiden, hierher zu kommen. Trotzdem freuen wir uns über das Interesse und Ihr Kommen zu dem heutigen Abend, der aus Anlass natürlich des nun vollzogenen Betriebsendes der letzten Atomkraftwerke in Deutschland stattfindet. Die in Klammern unendliche Geschichte der Atomkraft, der deutsche Atomausstieg und neue Risiken weltweit. Das ist das Thema, was wir heute Abend gemeinsam uns vornehmen. Und wo natürlich die, sage ich mal, Diskussionen nicht nur sehr lange angedauert haben und viel Geschichte mitbringen, sondern auch aktuell noch präsent sind und sicherlich uns auch weiter beschäftigen, in welchem Maße und mit welchen Gesichtspunkten das stattfinden wird. Das wollen wir heute auch betrachten. Also nicht nur den Blick zurück, sondern auch nach vorne richten mit wirklich tollen Gästen. Da schon mal meinen herzlichen Dank an diejenigen, die für uns hier dann auf dem Podium das Ganze mit nachher diskutieren. Ich werde sie dann im Einzelnen noch vorstellen. Und wir wollen beginnen mit Stephen Meilder, Dr. Stephen Meilder, der sich an der LMU München am Rachel Carson Center als Historiker mit dem Thema der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung befasst hat, das sehr intensiv zusammengetragen hat, was wir alle sozusagen bruchstückhaft vielleicht hier und da auch an Erinnerungen oder eben an Berichterstattung mitbekommen haben. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, darauf auch gemeinsam einmal zu schauen und dann darüber zu sprechen und auch eben auf die Bezüge zu heute und nach vorne reden zu können. Herzlich willkommen, Dr. Stephen Meilder. Und ja, the floor is yours. Wir hören uns gerne Ihre Einordnung an. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Das freut mich sehr. Ich werde nicht die ganze Anti-Atom-Bewegung beschreiben. Das kann ich am Anfang schon versprechen, aber ich werde versuchen, anhand eines Beispiels etwas über die Bewegung als insgesamt zu sagen. Am 19. Februar 1975 berichtete die Badische Zeitung des Demonstranten am folgenden Tag einen Abbruch der Arbeit auf dem Bauplatz eines Kernkraftwerkes im südbadischen Dorf Wiel am Kaiserstuhl erzwungen hatten. Die Hauptartikel beschrieb, wie um 11 Uhr morgens etwa 300 Personen am Bauplatz eintrafen. Die Bauarbeiter, die an der Zufahrtsstraße mit Routen beschäftigt waren, hatten es diese eindringende Personen ohne körperliche Gewaltanwendung veranlasst, die Arbeiten einzustellen. Während manche Demonstranten auf die Baggerschaufeln sprangen, stellten sich andere vor die Ketten der Raupen und redeten auf die Arbeiter ein. Innerhalb einer Stunde war jeder Maschine außer Betrieb gesetzt, so der Zeitung. Die Mehrheit, die an diesem Mittwochvormittag anwesenden Demonstranten waren nenne ich Frauen. Hätten die Journalisten einen auffälligen Radelsführer gesucht, war keiner in Sicht. Alle die bekannten männlichen Gesichter des Widerstands gegen den Kernkraftwerk, wie zum Beispiel ein Arzt, ein Apotheker oder der Besitzer der Getreidemühle im Nachbardorf, waren nicht zu finden. Sie hatten gerade eine Pressekonferenz in einer Waldhüte unweit des Baugeländes gehalten. Erst nachdem eine einzelne Frau am Rande der Pressekonferenz einen Spaziergang zum Bauplatz vorschlug, konnte sich die verwirrende Szene entfalten. Trotz der scheinenden Unordnung konnte es eigentlich keinen Zweifel geben, dass eine gut vorbereitete Besetzung des Bauplatzes stattfand. Die Menschenmenge auf dem Bauplatz wuchs tagsüber immer weiter zu. Männer, deren Frauen morgens nach Wiel hinuntergegangen sind, kamen am Nachmittag. Sie waren mit Speck, mit Eintopf in der Thermoskanne und der Schnapsflasche im Wams bewaffnet. Bis Abend standen auf dem Platz Zelte und Planwegen. Kernkraftgegner und Kernkraftgegnerinnen aus Baden und aus dem Elsass saßen um brüllende Lagerfeuer herum und erzählten einander Geschichten von dem Krieg. Gegnerinnen des Projekts blieben mit einer kürzen Unterbrechung von einigen Tagen bis November auf dem Bauplatz. Die Besetzung der Kernkraftwerk Bauplatz in Wieler Wald hatte eine große Wirkung. Das Kernkraftwerk Wiel wurde nie erbaut, auch wenn dies nicht nur wegen der Bauplatzbesetzung, sondern auch wegen Klagen vor Gericht und sogar wegen der Tatsache, dass Strom aus dem geplanten Kernkraftwerk in den 80er Jahren einfach nicht mehr so notwendig war, wie man am Anfang den 70er dachte. Doch die Bedeutung der Bauplatzbesetzung in Wiel ging weit über die unmittelbare Umgebung hinaus. Schon in den 80er Jahren bezeichnete der Sozialwissenschaftler Dieter Rucht der Protest in Wielers Anfang der deutschen Anti-Atom-Bewegung. Nach langem bevor der ersten Atomausstieg von der rot-grünen Regierung im Jahr 2000 verhandelt worden war, beschrieb der Historiker Joachim Rathkau die Wieler Besetzung als Anfang des Endes für die westdeutsche Atomprogramme. Wie wir alle wissen, ist dieses Ende des deutschen Atomprogramms eigentlich in einigen Sinnen erst nach mehreren Anlaufen vergangenen Samstag passiert. Und auch die Tatsache, dass die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind, heißt nicht, wie auch der Titel dieser Veranstaltung hindeutet, dass die Geschichte der Atomkraft in Deutschland vorbei ist. Sogar wenn Politiker es nicht schaffen, Kernkraftwerke wieder hochlaufen zu lassen, wird uns das Atommüll in den letzten Jahrzehnten über Jahrtausende noch begleiten. Außerdem laufen in mehreren Nachbarländern ja auch die Atomkraftwerke weiter. In Finnland würde gerade in den letzten Tagen das 1600 Megawatt-Kernkraftwerk Okilioto 3 ans Netz verbunden. Wie sollen wir also die Bedeutung von Demonstrationen wie die Bauplatzbesetzung von Wiel verstehen? Ist die bundesdeutsche Antiatombewegung als eine Erfolgsgeschichte zu erzählen? Und wenn schon, was für eine? Ich werde es nicht mal versuchen, in dieser kurzen Zeit die gesamte Geschichte der Antiatombewegung zu erzählen. Im Gegenteil werde ich das Beispiel Wiel etwas genauer betrachten. Denn indem man auf seine Hintergründe und seine Wirkungen schaut, eröffnen sich einige Möglichkeiten, diese Fragen zur Bedeutung der Bewegung als Ganzes zu beantworten. Die Bauplatzbesetzung in Wiel war das Ergebnis langjähriger Vorbereitungen. Jedes Versuch, eine Aktion wie die Wieler Besetzung ohne seine Vorgeschichte zu verstehen, trägt dazu bei, mühsam erarbeitete Aktionen zum Mythos zu machen. Schon März 1975 warnte die Aktivisten Freie Hoffmann vor einer solchen Interpretation. Auch hier, schrieb sie, haben Einzelne angefangen, in mühsamer Überzeugungsarbeit auf die Gefahren der Atomkraftwerke hinzuweisen. Es würden in geduldiger Kleinarbeit unzählige Flugblätter verteilt, Unterschrifte gesammelt und so weiter. Tatsächlich hatten Einwohner des Oberrheinregions, also Menschen aus dem Elsass, aus Baden, aus der Nordwestschweiz, sich schon seit den späten 60er Jahren mit einer Vielzahl von Kernkraftwerkprojekten, die für ihre Region geplant waren, auseinandergesetzt. Schon im 1971 gab es einen Protestmarsch gegen den damals noch im Bau befindenden Kernkraftwerk Fessenheim. Proteste gegen den geplanten Kernkraftwerk Wiel gab es, sobald das Projekt bekannt gemacht worden war, also ab dem Sommer 1973. Wie es Freie Hoffmann beschrieben hat, gingen Atomkraftgegner und Gegnerinnen Tür zu Tür und sammelten tausende Unterschriften. Sie gründeten neue Bürgerinitiativen. Doch Einsprüche, Petitionen, sogar Traktoren, Umzüge zeigten wenig Wirkung. Es gab gute Gründe also, dass die lokale Atomkraftgegner und Gegnerinnen sich schon im Spätsommer 1974 entschieden, beim Baubeginn den Bauplatz zu besetzen. Langsam fühlten sie sich von dem Badenwerk, das das Kernkraftwerk betreiben sollte, überrollt und von der Regierung unerhört. Die initialen Beweggründe ihrer Proteste waren nicht besonders radikal. Die Kernkraftgegner und Gegnerinnen sagten, ihr Vorhaben sei unpolitisch. Für viele war die primäre Sorge der Bewahrung ihrer Lebensgrundlagen in der Landwirtschaft, vor allem in dem Weinbau oder auch die Erhaltung ihrer Dörfer. Doch die Proteste am Oberrhein erlaubten es lokale Sorgen, weit über die Landwirtschaft hinaus in einer neuen Umweltpolitik hineinzuwachsen. Nicht nur in Wiel, sondern an vielen anderen Standorten wollten Anwohner genau verstehen, was für Gefahren und Risiken ihnen bei dem Bau von Kernkraftwerken zukommen werden. Beide ahnten sie, es ging um viel mehr als die unmittelbare Umgebung eines jeden Kraftwerks. Um dieses Wissen zu erkundigen und zu ermitteln, entstanden neue, unabhängige Forschungsinstitute, wie zum Beispiel das Öko-Institut, das in naheliegendes Freiburg, als direkte Folge die Auseinandersetzungen um das geplante Kernkraftwerk Wiel gegründet worden ist. Diese Institute und das Begehren für mehr Information trügen zur Verbreitung naturwissenschaftlichen Diskussionen bei und daraus entstanden neue Impulse in der Umweltpolitik. Doch die Auseinandersetzungen um die Kernkraftwerke hatten nicht nur in der Umweltpolitik Folgen. Anti-Atom-Proteste versuchten auch wesentliche Kritiken an Regierungsfiguren und an dem Stand der Demokratie. Denn sobald die Atomkraftgegner und Gegnerinnen begannen, ihren Abgeordneten ihr Sorgen bekannt zu machen, erführen sie, wie wenig diese Sorgen die gewählten Volksvertretern interessierten. Diese Lernprozesse führten zu den bedeutendsten Folgen der Bewegung. Die hatten sowohl tiefe Folgen für die Biografie in einzelnen Personen, als auch breite gesellschaftliche Wirkungen. In dem Jahr 1981 gefragt, was sich in den letzten Jahren durch den Kampf um Wiel bei ihr und ihrer Familie alles geändert hat, beschrieb die Winzerin Annemarie Sachere eine große Umwandlung. Die Diskussion um die Atomkraft war Anlass dafür, dass ihre Augen aufgingen, sagte sie. Sie und ihre Familie sahen die Umweltzerstörung, die Dirk-Flur-Bereinigung, übertriebenen Straßenbau, die Verschmutzung des Rheins und rücksichtslosen Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln hervorgerufen werden. Mehr noch, sie begriffen, dass Werte wie Gesundheit, Leben und Frieden nicht selbstverständlich sind. Diese neue Verständnis von Grundwerten kam auch zusammen mit einer neuen Perspektive an der Politik. Denn Sachere hat gesehen, dass solche Grundwerte selbst von demokratisch gewählten Regierungen nicht unbedingt garantiert werden. Sie entschied sich selber für den Gemeinderat zu kandidieren, um Gesundheit, Leben und Frieden zu fördern. Die Antwort Sacheres auf ihre neuen Grundwerte und ihr neu empfundenes Misstrauen in der demokratisch gewählten Regierung war kaum einzigartig. Nach seiner Teilnahme an Demonstrationen auf dem Kernkraftwerk Bauplätzen in Brockdorf und Gründe zum Beispiel, entschied sich Karl Bedermann, eine Umweltschutzpartei zu gründen. Diese Partei sollte Kandidaten für die Landtagswahl in Niedersachsen im Jahr 1978 aufstellen. Laut Bedermann war das primäre Ziel dieses Unternehmen, die Stimmzettel zum Denkzettel zu machen, gegenüber Politiker, die die Kernkraftgegner und Gegnerinnen bisher nur dämonisiert und nicht zugehört hatten. Die Teilnahme an Wahlkämpfer war aber nicht der einzige Beweis, dass Atomkraftgegner und Gegnerinnen ihr Verständnis von politischen Teilhabe anhand ihrer Engagement in Protesten und Demonstrationen erweiterten. Es entstanden im Rahmen der Protestbewegung neue Kooperationen und Partnerschaften. Ländliche Christdemokraten protestierten zusammen mit Freiburger Studenten und Franzosen, Deutsche und Schweizer machen gemeinsame Sache. Es blühten auch alternative Organisationen der Zivilgesellschaft auf. In Wiel wurde zum Beispiel die Volkshochschule Wieler Wald auf dem besetzten Platz gegründet. Noch zehn Jahre nach der Platzbesetzung organisierte sie Vorlesungen in den umgebenden Dörfern. Auch der heute noch existierende Radiosender Radio Fährt-Vessenheim wurde damals als Piraten-Sender gegründet im Rahmen dem Konflikt um die Atomkraft am Oberrhein. Die Wirkungen der Atomproteste in der Demokratie waren nicht nur tief in einzelnen Personen oder Gegenden verwurzelt, sondern sie waren auch breit. Für die zukünftige Gründungsgrüne Petra Kelly waren lokale Anti-Atomproteste als Etappen eines Kettenreaktions zu verstehen. Diese Kettenreaktion verbannt Graswürzel-Protesten in Orten wie Lieb, Lassack, Merkelsheim, Wiel, Brockdorf und Kaiser-Augst. Doch diese lokale Aktionen bildeten Kellys Meinung nach auch ein tragbares Modell für eine breitere alternative Politik, die sogar internationale Grenzen überwinden könnte. Kelly setzte sich also dafür ein, dass diese Kettenreaktion lokaler Protesten inklusive der Besetzung in Wiel auf dem Europäischen Parlament in Straßburg gezielt sein sollte. Die erste direkte Wahl zum Europäischen Parlament, die für das Jahr 1979 geplant war, erklärte Petra Kelly zur Entscheidungsschlag gegen Atomkraftwerke. Sie wollte das Modell vom besetzten Platz in die parlamentarische Politik reinbringen und das Straßburger Parlament durch Gegenkräfte wie Frauen und auch Feministen, Regionalisten, Atomkraft- und Wehrdienstgegner, Bürgerinitiativen, Mitglieder, Ökosozialisten, Föderalisten und so weiter verändern. Petra Kellys Entscheidungsschlag gegen die Atomkraft fiel 1979 aus. Aber insofern wie das Ende der 70er Jahre einen Übergang von standortbasierter Anti-Atomkraft-Proteste zu einem Ehre von breiterer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen mit dem Atomkraft bildete, war ihre Metapher von einem Kettenreaktion lokalen Protesten mit insgesamt breiten Wirkungen gar nicht verkehrt. Auch wenn lokale Proteste wie zum Beispiel die Demonstrationen gegen die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf von großer Bedeutung blieben, dachten die Atomkraftgegner und Gegnerinnen im größeren Rahmen. Die Kernschmelze in Tschernobyl, die wir ja anfangs gesehen haben auf dem Video, das Ende April 1986 stattfand, markte die Ergebnisse die langjährige Kleinarbeit rasch evident. In den Monaten nach Tschernobyl werden die Kenntnisse der deutschen Bevölkerung zum Thema Atomkraftwerk eindeutig bewiesen. Auch das Streben nach Alternativen zur Atomkraft, die eine Äußerung zum Beispiel in der Organisation von ca. 409 lokalen Energiewendekomitees unmittelbar nach der Kernschmelze, würde sichtbar. Nicht zuletzt die Mehrheiten, die nun einen Atomausstieg befürworteten, markten die langjährige Arbeit der Anti-Atombewegung evident. Wenn man also von Wiel aus über die Geschichte der Anti-Atombewegung hinausschaut, erkennt man nicht nur Auseinandersetzungen über einzelne Atomkraftwerke oder über die Atomkraft an sich, sondern auch eine Geschichte von wachsender Teilnahme von neuer heterogene Gruppen in der Demokratie, von einer bemerkenswerten Bereitschaft, sich einzumischen und von einem Anlass, um bessere Alternativen anzustreben. Auch wenn diese Entwicklungen die Probleme der Atomkraft von der Welt bisher nicht verbahnen konnten, bilden sie die größten Erfolge der Anti-Atombewegung. Denn die Bewegung eröffnete eine Möglichkeit für Menschen, ihre Interessen, ihre Sorgen und eigentlich sich selbst in der demokratischen Politik reflektiert zu sehen. Nur durch diese wachsende öffentliche Beteiligung konnte die Anti-Atombewegung die öffentliche Meinung ändern und letztendlich zum Atomausstieg beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Stephen Meider, für diese Einordnung. Da war viel drin, das war viel Geschichte auch. Der Bezug auch zu der Politisierung dann von vielen Menschen, die eben in diesem Milieu zusammengefunden haben. Sie haben die Kettenreaktion mit Blick auf Petra Kellys Aktivismus und die Haltung eben auch der Aktionen vor Ort erläutert. Wenn Sie jetzt sozusagen zurückschauen und auch auf das, was Sie zusammengetragen haben, schauen, welchen Impact, welchen demokratischen Impact hatte die Anti-Atombewegung als soziale Bewegung am Ende eigentlich auf politische Auseinandersetzungen in Deutschland, die sich doch ja immer wieder weiter wiederholt haben. Es ist ja doch eine lange Geschichte, die nicht aufgehört hat und immer wieder aufgelebt hat. Wie ordnen Sie das ein? Also eben mit diesen Beiträgen zu der Demokratie meine ich eben, dass man nicht von einem Tag auf den anderen das Problem sozusagen lösen könnte oder so, sondern dass man neue Freiräume geschafft hatte, um das zu diskutieren und nicht nur, dass jeder seine Meinung zu geschrien hatte oder so, sondern auch, dass es neue Möglichkeiten gab, sich zu informieren und wirklich an Gesprächen teilzunehmen. Und da sind mehrere Beispiele dafür. Das geht zum Beispiel über die Gründung von Parteien und Listen. Die Grünen sind auch aus den Anti-Atombewegungen zum Teil entstanden, aber auch um alternative Forschungsinstitute oder einfach neue Möglichkeiten, sich miteinander zu diskutieren. Das ist ja jetzt, sage ich mal, eine westdeutsche, im Schwerpunkt westdeutsche Bewegung gewesen. Trotzdem stellt sich ja die Frage, wie ist das auch anderswo, wie hat sich das anderswo ausgewirkt? Natürlich hat es eben auch eine Anti-Atombewegung zum Beispiel in Frankreich gegeben, auch in der Zeit und auch später noch. Aber trotzdem stellt es sich ja dort immer noch anders dar. Und das ist ja auch eine Diskussion, die wir führen. Wie erklären Sie sich, dass das so unterschiedlich eben auch erfolgt ist im Nachhinein? Also ich finde, es gibt mehrere Gründe. Als Historiker gibt es ja immer mehrere Gründe für alles. Aber ich glaube, die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland sind bedeutend. Also es ist eigentlich tatsächlich so, dass Anfang den 70er Jahren die Anti-Atombewegung in Frankreich stärker war als in Deutschland. Und man hat in Deutschland sackend gelernt von dem, wie man in Frankreich protestiert hatte. Aber diese Bewegungen sind dann anders gelaufen. In Westdeutschland ist die immer stärker geworden, während in Frankreich aus mehreren Gründen haben die Atomkraftgegner und Gegnerinnen sich nicht durchsetzen können. Ich glaube, das hat vor allem, wenn ich einen Grund nennen müsste, damit zu tun, dass in Frankreich das Atomprogramm zentral gesteuert worden konnte und auch zu denen militärisch von Bedeutung war. Und das war dann halt eine andere Frage. Vielleicht daran anknüpfend nochmal abschließend. Ist es für Sie eine erfolgreiche Bewegung eigentlich gewesen? Und was bedeutet dieser Moment jetzt in Deutschland für diese Bewegung und für das Thema? Wie soll Ihre Zukunft aussehen oder könnte? Das ist auch eine sehr gute Frage. Also wenn man aus der Perspektive von damals schauen würde, dann könnte man sehen, dass sehr wenige von diesen Kernkraftwerken, Standorten, wo man protestiert hatte, eigentlich die Kernkraftwerke gestoppt. Also in dieser Zeit worden sind. Wiel ist einer der wenigen Beispiele dafür. Jetzt sind natürlich alle seit ein paar Tagen ausgeschaltet. Also in dem Sinne konnte man von einem Erfolg dieses Ziel, keinen Strom mehr aus Atomkraft in Deutschland zu produzieren. Aber für mich sind wirklich die größere Erfolge und die größere Bedeutung der Bewegung in dieser Änderung der Demokratie, das zu mehr politischer Teilhabe geführt hat und zu mehr Diskussionen von diesen wichtigen Themen. Vielen herzlichen Dank, Stephen Meider, für Ihre Ausführungen. Und ja, Sie begleiten uns noch weiter und wir treten zu der Podiumsdiskussion über. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich lade jetzt unsere Podiumsdiskutierenden ein, mit mir hier nach vorne zu kommen. Freie Platzfall. Britta Hasselmann, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Grünen im Bundestag. Rebecca Harms, ehemalige Europaabgeordnete der Grünen. Annika Rittmann, die eine der Sprecherinnen von Fridays for Future. Uwe Jordan, der ehemalige Anlagenleiter des Kernkraftwerks Brockdorf. Und Dr. Felix Christian Mattes, der als Forschungskoordinator beim Öko-Institut tätig ist. Das ja auch eben schon genannt wurde als eines der Ergebnisse aus den Anti-Atom-Protesten. Ich setze mich dann auf den noch freien Platz, setze mich ruhig hier. Ja. Steigen wir vielleicht direkt einmal ein mit den beiden, die sich sozusagen in der Auseinandersetzung vielleicht am ehesten und am längsten auch immer wieder gegenüberstanden. Rebecca Harms und Uwe Jordan. Vielleicht einfach zum Einstieg an sie beide. Weil ich glaube, das ist ja schon nach diesen Jahrzehnten der Auseinandersetzung ein interessanter Moment, mal nebeneinander zu sitzen. Vielleicht zunächst Rebecca an dich. Du warst 1977 eine der Ersten, die da eingestiegen sind bei der BI Lüchow-Dannenberg. Natürlich war vieles noch sozusagen im Anfangsstadium. Und es hat sich daraus aber vieles entwickelt. Und es hat dich dein ganzes Leben begleitet. Wie schaust du zurück auf diese lange Auseinandersetzung und wie bewertest du eigentlich den Weg dieser Anti-Atom-Bewegung und das, was daraus jetzt offensichtlich ja resultiert ist? Also ich glaube, dass man die Wirkung für die Entwicklung in der bundesdeutschen Demokratie würdigen kann und muss. Und fand das auch gut, was hier zur Einleitung zusammengetragen worden ist. Aber wovor ich warnen würde, in der aktuellen Diskussion, die ja nicht nur eine deutsche ist über die Atomenergie, ich würde davor warnen, die Begründung für die Entstehung der Bewegung und für die Arbeit dieser Bewegung, besonders einiger Standortinitiativen, die Begründung, nämlich dieses sehr, sehr große Risiko, dass der Kernenergie inne wohnt. Und eins, das meiner Meinung nach und der Nachmeinung vieler anderen nicht mehr nötig ist, weil man Energie risikoarm und klimafreundlich erzeugen kann. Diese Begründung darf man nicht vergessen. Also in der Würdigung von all dem Guten, was die Bewegung unserer Gesellschaft gebracht hat, sollte man nicht wegkommen von dem eigentlichen Grund. Und was ich zu dem historischen Diskurs noch gerne sagen würde, ist, dass die Auseinandersetzung um Wiel, die fiel nicht vom Himmel, sondern es gab andere Großkonflikte oder Großthemen in der Umweltdebatte, die damals anfingen. Und ich weiß, dass durch meine ersten Begegnungen am Kaiserstuhl, wo ich sehr früh, auch nachdem wir uns in Gorleben gegründet hatten, hingekommen bin, ich weiß, dass zum Beispiel Seveso oder Bhopal, diese großen Chemieunfälle, dass die einen ganz starken Einfluss hatten auf die Winzer und die anderen, die sich am Kaiserstuhl organisiert haben. Vielleicht das auch direkt mal zum Anlass genommen. Uwe Jordan, wir haben uns, um sozusagen einen etwas weniger weit zurückliegenden Moment zu benennen, das letzte Mal Ende letzten Jahres am Kernkraftwerk Brockdorf getroffen. Es war von uns beiden im Grunde genommen in gewisser Form eine der letzten Amtshandlungen dort, ich noch in der Rolle des Ministers, das Ende des Betriebs dort zu besprechen im Dezember. Das war sicherlich auch für Sie und den Blick auf Ihre langjährige Arbeit dort in dem Kraftwerk ein besonderer historischer Moment. Und deswegen, weil das auch so interessant ist, Sie jetzt hier an der Stelle mit in unserer Runde zu haben, wie haben Sie das eigentlich persönlich wahrgenommen in all diesen Jahren? Und können Sie die Beweggründe, die hier auch nochmal ausgeführt wurden und auch das, was Rebecca Harms jetzt ausgeführt hat, nachvollziehen? Können Sie sich, und wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Also ich habe gesehen, wir haben viel im Archiv zusammengetragen, gab es ein Bild, ein Foto vor dem AKW Brockdorf von 1986, da steht ein Demonstrierende mit einem Transparent, da steht drauf, Krebs ist grausam, abschalten ist einfach. Sie waren in dem Kraftwerk dahinter, haben Sie gesehen, mussten sich damit auseinandersetzen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Vielleicht zunächst mal eingangs, also wir beide haben uns nie gegenüber gestanden, wir haben uns heute zum ersten Mal hier kennengelernt. Zunächst mal persönlich war natürlich der Zeitpunkt, als das Kernkraftwerk abgeschaltet worden ist, schon natürlich ein Moment, der mir sehr nahe gegangen ist, weil ich doch sehr lange in diesem Kernkraftwerk zugebracht habe im Brockdorf. Ihr habt das damals seinerzeit auch mit gebaut und auch mit in Betrieb genommen und war dann zum Schluss auch lange Zeit leider diese Anlage. Insofern habe ich natürlich über diese gesamte Zeit, das war nicht die gesamte Zeit der Kernenergie, dazu vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, warum hat man denn in Deutschland die Kernenergie eigentlich installiert? Das war ja, ich glaube, 50er, 60er Jahre hat man sich entschlossen, weil es eben nur die Kohle und das Öl gab und die Kohle kam aus Deutschland, alles andere musste importiert werden, war man abhängig von diesen Ressourcen und dazu hat man sich dann entschieden, das meine ich, war damals auch die SPD-Regierung, die dann gesagt hat, wir brauchen jetzt hier diese Atomenergie oder diese Kernenergie, um uns unabhängig von dem zu machen, was eben wir sonst mit viel Geld teuer aus dem Ausland kaufen müssen. Und so hat man eben auf die Kernenergie gesetzt und ehrlich gesagt hat es natürlich auch für Deutschland insgesamt, wir sprechen an der Stelle ja über Westdeutschland, hat es natürlich auch einen sehr großen Wohlstand gebracht, ohne Frage. Also wenn wir das nicht gehabt hätten, ich kann Ihnen nicht sagen, wie das dann sich entwickelt hätte. Und neben der Technik an sich, die mich eigentlich von Anfang an begeistert hat, ich bin also kein Politiker, ich bin Techniker und deswegen habe ich auch diesen Beruf damals gewählt, darf man natürlich auch die politische Dimension nicht außer Acht lassen und ich denke mal, wir werden noch im Verlauf der Diskussion darauf kommen, weil die Politik hat natürlich schon eine große Rolle gespielt. Das Datum wurde schon genannt vorhin 2000, als dieser Verständigung gemacht worden ist, zwischen der Regierung, Schröder-Trettin mit den Betreibern, dass man jetzt diesen Ausstieg dort besiegelt hat. Es gab Erzeugungsmengen, die festgelegt worden sind, wo man dann gesagt hat, wenn diese verbraucht sind, muss das Kraftwerk halt abgeschaltet werden. So, das war also eine politische Entscheidung und damit einher musste natürlich auch irgendwo dafür gesorgt werden, dass Ersatz beschafft worden ist. Und das nächste Datum, was wir auch alle kennen, war dann das Jahr 2011 nach dem Fukushima-Ereignis, als dann von heute auf morgen übers Wochenende durch Frau Merkel entschieden worden ist, auch aus politischen Gründen. Ich glaube, da erzähle ich auch nichts Falsches. Es ging um die Wahl damals in Baden-Württemberg. Und das war der Punkt. Und Frau Merkel hatte auch dort wohl ein Gespür dafür, dass sie ihre Partei nicht mehr hinter sich hat zum Thema Kernenergie und hat dann eben von sich aus gesagt, jetzt drehe ich da, lege ich den Hebel um und jetzt machen wir eine Rolle rückwärts. Und mit den Folgen, die danach gekommen sind und wo wir natürlich auch jetzt alle von CERN oder nicht CERN, die uns da alle sehr wehtun. Ja, das ist eine Entscheidung tatsächlich gewesen, die dann am Ende unter dieser Regierung, schwarz-gelb von Angela Merkel, im Deutschen Bundestag getroffen wurde. Es ist ja interessant auch zu sehen, wer damals so mitgestimmt hat für diese Entscheidung und heute in der Diskussion groß tönt, dass das alles eine jetzt schlechte Entscheidung ist, diesem Gesetz zu folgen, das damals beschlossen wurde. Britta, du bist Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag. Der hat es beschlossen. Das ist der Gesetzgeber. Das ist ein gesellschaftlicher Konsens gewesen. Nun liegt natürlich trotzdem zwischen dem, was in den 70er, 80er Jahren stattgefunden hat und dem Beschluss 2011 doch eine ganze Weile. Und es ist mittlerweile ja nicht nur sozusagen eine Debatte über die Gefahren, die Risiken dieser Energieform gewesen, sondern auch eine, die sich viel um die Fragen versteckte Kosten, was für ein Lock-in könnte vielleicht auch da drinstecken, wie kommen wir ins erneuerbare Zeitalter. All das wird ja jetzt auch diskutiert. Wie schätzt du sozusagen diese Diskussion der letzten zehn Jahre eigentlich ein und welche Argumente muss man heute eigentlich viel eher noch bemühen, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war? Ja, also erst mal bin ich wirklich richtig froh. Und ich finde, am Samstag war auch ein Tag zum Feiern. Und dass es gelungen ist, zum Teil in der veröffentlichten Meinung so zu tun, als dürfe man sich darüber nicht freuen, hat mich irritiert. Und das sage ich als jemand, die gar nicht wie Rebecca oder andere, Eva sehe ich euch, ich sehe noch andere hier. Ich bin etwas jünger als die Gründungsgeneration der Grünen. Aber ich bin als junge Schülerin im Kreis Kleve auch schon mal auf einer Demo gewesen. Da kannte ich auch die Grünen gar nicht so. Aber der schnelle Brüter in Kalkar, der heute Kernwasser Wunderland heißt und ein Freizeitpark ist, da fahre ich immer mal vorbei, wenn ich im Wahlkampf in meiner alten Heimat unterwegs bin, halte kurz an und denke, yes, nie ans Netz gegangen. Damit hat er uns nicht ganz so viel gekostet wie andere Anlagen, über die wir heute vielleicht reden oder nachdenken. Und da ich aus Nordrhein-Westfalen komme, sage ich trotzdem noch ein zweites Beispiel. Und dann bin ich im Hier und Jetzt. Aber das erklärt vielleicht auch meinen Zugang zu diesen Fragen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Kalkar habe ich gerade schon genannt. Und ich habe studiert in Bielefeld und bin sehr oft an Hamm vorbeigefahren, dem THTR in Hamm. Der hat ungefähr 435 Tage gelaufen und kostet uns bis heute Milliarden. Die Rückstellungen haben nie gereicht. NRW und der Bund legen nach ohne Ende. Und diese ganzen Fragen und die mehr vom billigen Atomstrom, der so verlässlich ist, hat uns eigentlich bis in dieses Jahr verfolgt. Und das ist eigentlich wirklich bemerkenswert, dass das gelingen konnte. Weil jeder von uns weiß, dass Atomstrom nicht billig ist. Wir haben Millionen von Tonnen an radioaktivem Müll, den wir unseren künftigen Generationen hinterlassen und für den wir zu sorgen haben und eine Verantwortung haben. Und als aktive Politikerin habe ich mich immer gefragt, was kann ich eigentlich dazu beitragen, diese Debatte zu versachlichen, dass das aufhört, darüber diese veröffentlichte Meinung, als sei Atomstrom der billigste Strom, der verlässlichste Strom, der Strom, den wir dringend brauchen. Eigentlich hat er in der Entwicklung zwischen 2001, 2002, also der Atomgesetznovelle, dem Jahr 2011 nach Fukushima und dem Jahr 15.04.2023 den Ausbau der Erneuerbaren massiv mit verhindert. Also, dass wir nicht stärker darauf gesetzt haben. Das waren auch viele andere Faktoren, der Glaube an die Kohle und so weiter. Aber deshalb habe ich gesagt, bin ich so froh. Weil jetzt ist einfach klar, die Zukunft liegt in den Erneuerbaren. Und die liegt nicht mehr in dieser Risikotechnologie. Und da stimme ich Rebekka total zu. Die Frage von Risikotechnologie hatte ja durch Tschernobyl, da übrigens, weil jetzt mehrmals gesagt wurde, Westdeutschland, auch aus meiner Perspektive das erste Mal auch sehr klar Ostdeutschland, den klaren Bezug zu der Frage. Und ich glaube, dass jetzt einfach klar ist, wenn ich das Jahr zwischen 2011, da war ich ja auch schon im Bundestag, und jetzt sehe, dann hat einfach Macht, Geld und Einfluss immer eine ganz große Rolle gespielt, die Atomenergie als eine zentrale Energie zu halten. Mit Notwendigkeit und mit der Frage, ist es wirklich richtig, dass wir darauf setzen, oder hätten wir nicht auch früher schon auf Windenergie und Sonne setzen können, Photovoltaik, ist für mich schon ein Punkt, wo ich mich auch rückblickend immer frage, warum das eigentlich ab irgendeinem Punkt wieder so abgewirkt wurde und wir uns wieder auf Fossile konzentriert haben. Ja, mit dem EEG 2.1.2.2 war ein guter Punkt gesetzt unter der rot-grünen Regierung, grüne Regierungsbeteiligung der Ersten. Aber das EEG wurde ja nachher sozusagen abgewirkt. Und dann haben wir uns stark auf die Fossilen konzentriert, nicht wir Grüne, aber insgesamt in der Mehrheitsbeschlussfassung. Und deshalb glaube ich, jetzt ist endgültig entschieden, dass die Zukunft in den Erneuerbaren liegt. Ein Thema, das für diejenigen, die heute sozusagen auf die Straße gehen, aus umweltpolitischen Gründen, vor allen Dingen natürlich die viel größere Relevanz hat. Und dazu freue ich mich, dass wir mit Annika Rittmann neben mir eine derjenigen haben, die als junge Menschen jetzt eben gerade auch gerade für das Thema mehr erneuerbare Einstieg in die Zukunft, die Dekarbonisierung, eintreten. Und mich interessieren da, in eure Richtung eben diese beiden Fragen, einerseits historisch, wenn man sich da sozusagen mit beschäftigt. Viele, die bei Fridays for Future sind, haben sich jetzt nicht so intensiv mit Atomenergie vielleicht beschäftigt. Aber berührt, dass die Menschen, die sich jetzt im Bereich Klimaschutz so intensiv engagieren, und was ziehen die da raus? Vielleicht auch aus diesen Erfahrungen, die diese Umweltbewegung gemacht hat. Und andererseits, die Diskussion wird natürlich durchaus auch kontrovers geführt, mit Blick auf die Tatsache, dass natürlich die Nutzung der Atomenergie im Verhältnis zu den Fossilen, die da sozusagen unglücklicherweise nun sehr präsent geworden sind in den vergangenen Jahren, deutlich weniger CO2-Ausstoß verursacht. Diese Diskussion wird ja geführt. Und das würde mich natürlich interessieren, jetzt auch für alle, glaube ich, wie wird das jetzt unter den Aktivistinnen und Aktivisten diskutiert? Bei uns? Also eigentlich gar nicht. Weil eigentlich, also ich glaube so, keine Person, die sich so mit Fridays for Future politisiert hat, hatte eigentlich Bock, sich mit Kernenergie auseinanderzusetzen, sondern alle waren irgendwie sehr dankbar, dass das Thema so durch ist, in Anführungszeichen, wie durch das dann ist. Mal schauen, aber eigentlich, also ich glaube so, eigentlich hatte keiner Bock, sich damit zu beschäftigen und allen war so klar, ich meine, also ich bin 2002 geboren, das heißt, so als Fukushima passiert ist, habe ich das durchaus so mitgeschnitten. Mein Onkel hat auch irgendwie ein Buch darüber geschrieben und dadurch habe ich ganz viel so mitbekommen, weil irgendwie das alles so emotional anständig und belasten und dann war so, eigentlich hatte keiner Lust damit sich zu beschäftigen und dann kam das glaube ich auch in der Bewegung erst auf, als wir von außen die ganze Zeit gefragt wurden, warum wir nicht für Kernkraft sind. Also für uns war das gar kein Thema und dann haben wir uns damit beschäftigt und so festgestellt von, naja, es gibt keine klimaneutrale Welt mit Kernkraft, zumindest nicht jetzt gerade, weil jedes Kernkraftwerk verhindert, dass Erneuerbare ausgebaut werden und dadurch war so für uns die Debatte sofort wieder beendet intern, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sobald wir irgendwie uns damit einmal auseinandergesetzt hatten und sind da auch schon so ein bisschen im Diskurs auch mit den anderen Ländern, weil da glaube ich die Debatte um Kernkraft schon sehr anders geführt wird. Also ich glaube, da sind wir sehr geprägt und beeinflusst auch durch die deutsche Bewegung und es gibt andere Länder und andere Fridays for Future Bewegungen, mit denen wir das Kontroverse diskutieren müssen, weil die glaube ich anders geprägt wurden auch als junge Menschen und ich bin da sehr dankbar für, dass das bei uns so klar war und dass das kein Thema ist und ich glaube vielleicht zu der Frage, was man daraus lernen kann, wir sind glaube ich sehr gut darin, uns den Kopf über Dinge zu zerbrechen und Dinge sehr, sehr lange zu durchdenken und dementsprechend haben glaube ich viele von uns sich auch wenn nicht mit der Kernkraft selbst mit der Bewegung auseinandergesetzt und mit so wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert auch breite Bewegung, also die Kombination aus so verschiedenen Aktionsformen und wie geht man auch mit dieser Dialektik um, dass man die ganze Zeit gefragt wird, findet ihr es jetzt okay, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Endgelände eine Kohlegrube blockiert, also da haben wir glaube ich auch ganz viel daraus gelernt und also wofür ich immer wieder dankbar bin, ist so dieses Brockdorf-Urteil, was man so dann auch verwenden kann, um Demonstrationen anzumelden, also ich habe so viele, so, so viel, ja ich habe so viele Klagen irgendwie mitgetragen innerhalb der Bewegung, wo wir dieses Urteil verwendet haben und am Ende nur deswegen demonstrieren konnten oder nur deswegen diese Klimacamps machen konnten, die wir im ganzen Land gemacht haben und das finde ich immer so beeindruckend und hat uns auch glaube ich geholfen, so stark zu werden. Das kann ich ehrlich gesagt nur sehr gut nachvollziehen, und finde es schön, dass es da so einen engen Draht im Grunde genommen gibt. Das ist ein historischer Kontext, der sozusagen diese Frage nochmal wiedergibt, die Stephen Milder eben genannt hat, die Entwicklung von sozialen und demokratischen Bewegungen, jetzt mal unabhängig vom Thema. Ich war auch bei einigen Castor Transport Protesten dabei, wo relativ viele Urteile immer dann am Ende noch reinkamen, aber ich kann auch sagen, die Urteile kamen meistens dann so zehn Jahre später. Das ist dann auch immer so eine Geschichte, weil man natürlich durch mehrere Instanzen gehen muss. Umso besser, dass man das dann schnell zur Hand hat, wenn man jetzt entsprechend sich engagiert. Zu der Frage, welche Rolle spielt die Atomenergie dann sozusagen im internationalen Kontext und auch sozusagen im Wettbewerb zu den Erneuerbaren und was heißt es eigentlich auch wirtschaftlich von den Kosten? Kommen wir gleich nochmal. Ich will aber, bevor wir dazu kommen, mit Fils-Christian Mattes an der Stelle einsteigen nochmal mit diesem, so nach dem Motto, das Thema ist durch. Das ist ja nicht ganz so. Das Problem, also natürlich, ich meine, wenn wir uns die Langfristigkeit der Auswirkungen des Klimawandels angucken, ist das schon krass. Ja, und das ist ja auch immer diese Debatte über 245, 250, was auch immer. Aber wenn wir zum Beispiel darüber reden, wie tatsächlich die Altlasten der Atommüll, insbesondere die hochradioaktiven Abfälle langfristig gelagert werden sollen, kommen wir ja zu dem Punkt, dass zu keinem Zeitpunkt der zivilen Nutzung der Atomenergie ein zugelassenes Endlager existierte, was ja schon krass ist, sozusagen. Und jetzt haben wir ein Ziel in der Findung eines solchen Lagers, dass irgendwo zwischen 2046, das sind die großen Optimisten, sage ich mal, und 2000, ich weiß gar nicht, 68 oder so, ne? Ähm, das ist 100 Jahre nach den 68er, so muss man sich mal vorstellen. Naja, also, Felix Matthes, die Frage schmeiße ich mal rüber an denjenigen, der, wie gesagt, mit dem Öko- Institut ja so ein bisschen gewisses Erbe der Anti-Atom-Bewegung ja mit sich trägt, aber das heute aus sehr viel objektiverer Forschungsperspektive betrachtet. Darf ich auch erst mal was zu einem anderen Thema sagen? Bitte. Weil ich bin ja ein erklärter Anhänger der Theorie ohne Herkunft keine Zukunft und ich bin hier so ein bisschen der Exot zwischen Frau Rittmann und Rebecca, weil ich bin, nein, ich bin ja im Osten aufgewachsen und weiß, dass es auch im Osten eine Anti-Atom-Bewegung gab. Ich arbeite sehr viel international und habe einen ziemlich guten Blick dafür, warum international so vieles so anders läuft als bei uns. Und das liegt in ganz vielen Bereichen an der längerfristigen Geschichte und deswegen finde ich, dass es sinnvoll ist, auch noch mal da genau hinzugucken, warum wir das geschafft haben. Und dann sage ich zum Ratten mal was, wobei, wie gesagt, ich komme ja aus der Abteilung Energie und Klimaschutz und wir haben bei uns die Atomabteilung und ich habe immer gesagt als Ostler, ich will zwei Themen nie machen, Stasi und Atommüll, weil das hat irgendwie immer nur den Blick nach hinten, das ist unproduktiv. Aber jetzt mal im Ernst und eine Vorbemerkung, die mir auch wichtig ist für die Präzision. Ich glaube, dass diese Definition der Atomausstieg in Deutschland hat 2000 und 2011 stattgefunden, geschichtsvergessen ist. Der Atomausstieg in Deutschland hat für mich vier Stufen. Erstens 1990 die Abschaltung der Ost-AKWs. Das darf man nicht vergessen, aus guten Gründen. Zweitens 1994, die siebte Atomgesetznovelle, mit der faktisch der Neubau von Kernkraftwerken verboten worden ist und das war im Grunde genommen der Einstieg in den Ausstieg oder das Auslauf. Nämlich Paragraf 7 Absatz 2a Atomgesetz wurde dann irgendwann mal auch wieder gestrichen, nach denen die Folgen eines Störfalls auf das Kraftwerksgelände begrenzt werden müssen. Das war der faktische Verbot, das war das faktische Neubauverbot und damit war die Perspektive von Atom in Deutschland besiegelt. Umweltminister übrigens damals Töpfer, eine andere Debatte. Dann 2000, dann 2011, komme ich da nochmal drauf zurück. Aber ich glaube, wenn wir nicht diesen Vierschritt uns immer wieder mal gedanklich vorführen, wo jeweils andere treibende Kräfte dahinter, die Motivationen 2000 und auch die ökonomischen Rahmenbedingungen 2000, Sie erinnern sich, Strompreise von zwei Cent an der Börse, da hat auch Brockdorf nicht viel Spaß gemacht zu betreiben, war was anderes als 2010, 11. Also wie gesagt, vier Etappen anzugucken. Warum war die Umweltbewegung oder die Anti-Atom-Bewegung nach meiner Beobachtung, das kenne ich teilweise aus eigenen Erfahrungen, teilweise aus vielen Gesprächen mit Rebecca oder Kollegen mit schwerem hessischen Akzent, sozusagen, warum war das eigentlich so erfolgreich? Das erste ist, glaube ich, die Diversität der sozialen Bewegungen, auf denen der Widerstand beruhte. Der Widerstand in Wiel war sozial, hatte andere Quellen sozial als in Brockdorf. Also die vielen schönen Gruppen, die ja immer ein K im Namen hatten, das waren andere soziale Wurzeln als in Wiel. Und die Diversität dieser sozialen Wurzeln ist aus meiner Sicht der erste Punkt, warum das in Deutschland vergleichsweise robust war. Punkt Nummer zwei ist, das wird auch oft vergessen, dass in Deutschland eher sehr früh und teilweise auch heute noch einzigartig die Debatte um den Ausstieg aus Atomen verbunden worden ist mit dem Einstieg in Alternativen. Das ist sehr früh gemacht worden, das hat mit Instituten wie unserem zu tun, aber auch mit Politik. Kernenergie, Enquete-Kommission, Pfad vier, wo das erste Mal im sozusagen jetzt akzeptierten, legitimierten System eine fundierte Debatte über die Alternativen geführt wurde. Diese Alternativen hatten auch problematische Allianzen. Also wenn man sich Energiewende-Buch vom Öko-Institut 1980 einguckt, die Alternative zu Öl und Uran waren Energieeffizienz, erneuerbare Energien und einheimische Kohle. Einheimische Kohle war ein Verbündeter in dieser Debatte. Und das war auch wichtig und das muss man glaube ich auch berücksichtigen, auch der Einstieg, wenn man sich die alten Dokumente sich anguckt und Radkau liest und so weiter, der Einstieg in die Kernenergie ist ja gegen den erbitterten Widerstunden des RWEs passiert. So ein politisch getriebener Prozess, weil das wirtschaftlich nicht so furchtbar attraktiv ist und wir wissen heute, gegen nicht subventionierte Kohle wären Kernkraftwerke ab 1980 nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Also das heißt, da gab es so ein paar Kreise sozusagen, aber die Alternativdebatte ist relativ früh geführt worden und relativ seriös und relativ umfangreich geführt worden. Punkt Nummer zwei. Und das ist anders als in vielen anderen Regionen und in anderen Debatten. Drittens, und jetzt wird es ganz schwierig, auch für eure Partei, der Brückenschlag zwischen Anti-Atom und Klima ist in Deutschland relativ früh vollzogen worden. Also wie gesagt, Energiewende-Studie, Öko-Institut, Energieeffizienz, Erneuerbare, einheimische Kohle. Wir haben dann 1990 das CO2-optimierte Energiewende-Szenario gemacht, gegen den erbitterten Widerstand einiger Anti-Atom- und auch Grünkreise, weil die gesagt haben, die Klimadiskussion ist die fünfte Kolonne für die Renaissance der Atomdebatte. Ja, trotzdem, und wenn man ein paar Korrifäen aus Bremen und so dann nochmal sich vor Augen führt, die ja dann auch Klimaskeptiker geworden sind und zwar motiviert durch Anti-Atom. Ja, so und ich glaube, dieser Brückenschlag ist aber relativ früh gelungen, dass man gesagt hat, die Alternativen können auch klimapolitisch sozusagen ertragreich gemacht worden. Und deswegen war 2000, wo, wie gesagt, Atomkraftwerke, es gab den großen Widerstand, Atomkraftwerke waren nach der Liberalisierung, hatten wahnsinnige ökonomische Probleme, das hat vieles leichter gemacht im Jahr 2002 und wenn wir Fukushima nicht gehabt, dann wäre es auch 2010 sehr schwer geworden, aber es ist gelungen, diese Debatte zu machen und ich glaube, das ist wichtig, weil nämlich der Atomausstieg 2000 die Initialzündung für das Durchstärken der Alternativen waren. Also nochmal, E.ON-Stellungnahme zum Marktdesignprozess in UK hat ja noch 2007 oder 2008 zu Protokoll gegeben, der Ausbau der Erneuerbaren in Großbritannien, der Ausbau der Erneuerbaren muss auf 30% begrenzt werden, weil sonst die Kernkraftwerke unwirtschaftlich werden. Kann man nachlesen. Und diese Initialzündung, die hat es einfach gegeben, also die Verbindung zwischen Atomausstieg und der Machbarkeit einer strukturell modernisierten Energiewirtschaft sozusagen. Und das zeigt sich immer noch mal wieder, dass man, wir haben auch diese Grundlastfähigkeitsdebatte von Erneuerbaren, was totaler Quatsch ist, die aber in vielen Staaten international diese Debatte dominiert, weil sie nämlich genau diesen strukturellen Wandel, der strukturellen Modernisierung, diesen Brückenschlag nicht gemacht hat. Und der ist in Deutschland besser vollzogen worden als woanders. Und deswegen war das am Ende des Tages dann auch eine erfolgreiche Geschichte. Und ich glaube, wenn man diese vier Dinge sich anguckt, dann ist das für die zukünftigen Debatten, und die Atomdebatte gehört zur Folklore, die wird wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Small modular reactors, kann ich nur empfehlen, nochmal 1953 Rickover-Memo nachlesen über Academic Reactors und Real Reactors. Wiederholt sich alles. Aber wenn man diese vier Punkte sich vor Augen führt, dann hat man das Rezept auch, wie man die Debatte bestehen kann. Und dass das alles eine unendliche, teure Geschichte wird. Und ich bin mir nicht ganz sicherer, ob wir vor 2100 eine Endlage haben werden. Was eine ganz schwierige Situation ist. Eine ganz schwierige Situation ist, werden wir immer wieder zu diesen Punkten hinkommen müssen, wie wir die Anti-Atom-Geschichte zu einer strukturellen Modernisierungsgeschichte machen. Das ist wichtig. Und ich habe selten so viel verlogene Debatten gehört, auch von berühmten Menschen und von ehemaligen Vorsitzenden von Atomvereinen. Über diese Debatte hätten wir nicht den Kohleausstieg vor dem Kernenergieausstieg gemacht. Ich war ja in der Kohlekommission und so weiter. Und all die, die das jetzt ganz laut nach vorn gestellt haben, von denen habe ich zur Kohlekommission seit nie was gehört. Da gibt es eine grundlegende Verlogenheit in dieser Debatte. Und deswegen muss man eben sagen, wenn wir die Anti-Atom-Debatte nicht verbinden können mit dieser strukturellen Modernisierung, dann wird es schwer. Aber wenn man das verbinden kann, wird es auch erfolgreich. Und ich glaube, das ist die Lektion aus der Geschichte, wenn wir heute mal über Geschichte und über das Jahr 2100 und Atom. Es ist ein Riesenproblem, was wir haben. Das überlasse ich aber denen, die sich da besser auskennen und Interesse für Stasi und Atommüll haben. Bleiben wir zumindest bei dem Thema Atom. Aber da war ja eine ganze Reihe jetzt dabei. Und Rebecca Harms und Uwe Jordan haben sich auch direkt dazu gemeldet. Rebecca, vielleicht legst du einfach was. Also ich möchte zu dem, was jetzt Felix gesagt hat, erstmal nochmal sagen, dass die Anti-Atom-Bewegung ohne den Unfall, die Katastrophe, den Super-GAU von Tschernobyl nicht erfolgreich gewesen wäre. Also die entscheidende Wende und die sah eben in der Bundesrepublik anders aus als in anderen Ländern. Wenn man sich das anguckt, Österreich war noch sehr verwandt oder Schweden, aber Frankreich zum Beispiel gar nicht oder auch die Niederlande, da hat das auch nicht so gewirkt. Aber hier ist es so gewesen, dass von dem Moment an, wo klar wurde, dass nicht nur Gorbatschow lügt, sondern dass hier in Deutschland auch die zuständigen Stellen die Bevölkerung nicht wirklich informieren, sind die Mehrheiten im Sinne der Anti-Atom-Bewegung gekippt. Also das versuche ich in den letzten Tagen immer mal wieder mit den neu erwachten Befürwortern anzusprechen, dass sie im Moment den großen Fehler machen, dass sie nämlich, also wenn sie erfolgreich sein wollen, dann dürfen sie nicht permanent die Risiken oder Gefahren kleinreden und runterspielen. Also ich glaube nicht, dass das einen Erfolg hat. Das Zweite ist, Fukushima war die zweite große Katastrophe, die dann endgültig in Deutschland die politischen Mehrheiten gedreht hat. Das wäre aber nicht passiert, wenn nicht Kretschmann in Baden-Württemberg die Wahlen gewonnen hätte. Also es gab so politische Entscheidungen, die in der Folge der Erfahrungen dieser Großkatastrophen getroffen worden sind. Und da sind natürlich dann viele der Dinge, die über den Kaiserstuhl beispielhaft angesprochen worden sind, die sind da zum Tragen gekommen. Also dass diese Bewegung, und das ist vielleicht für den Austausch mit Fridays for Future und anderen ganz sinnvoll, sich daran zu erinnern, diese Bewegung war wirklich auch eine lernende Bewegung. Also nicht nur hat die Bewegung sich Institute gegründet, das waren ja wirklich am Anfang unabhängige Institute, die aus der Bewegung initiiert wurden. Ja, aber die Finanzierung war schon anders am Anfang. Es war nicht so viel von staatlichen Aufträgen, die Rede, die kamen schon woanders her. Also die Bewegung hat da was in Gang gebracht, weil sie wusste, dass sie argumentativ stark sein muss. Und was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, ist, und vielleicht auch, weil Wiel und Gorleben, wir waren sehr eng verbunden und haben sehr viel voneinander gelernt, dass die, dieses, wir waren keine Antisystembewegung. Also da denke ich jetzt oft dran, wenn ich berichte über die Klimakonfrontationen lese. Wir waren keine Antisystembewegung. Wir wollten zwar, dass diese Gesellschaft sich verändert, aber wir hatten nicht diesen Kampf ums System auf unsere Fahnen geschrieben. Wir wollten, dass die Konsumgesellschaft sich verändert, Überkonsum und Gefahren, die damit verbunden waren, auch soziale Gefahren. Das waren Themen, aber innerhalb des bestehenden Systems. Also der Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, der stand aber felsenfest, trotz aller gewaltfreier Aktionen auf der Straße, stand aber felsenfest auf der freiheitlichen Grundordnung und dem Grundgesetz und war davon überzeugt, dass man mit demokratischen Mitteln die Veränderungen erreichen muss. Und wenn man sich anguckt, welche Standortinitiativen erfolgreich waren und welche nicht, dann lässt das vielleicht auch sogar Rückschlüsse darauf zu, welche Aktionsformen und welche sozusagen Rahmenbedingungen, die eine Bewegung sich setzt, gut sind für den Erfolg oder weniger gut sind. Also ich bin zum Beispiel eine, die seit langem denkt, man sollte zwischen Klima und Atom mehr Debatte führen, weil weder das Klimathema ist eins, das sich auf nationale Grenzen und nationale Ziele beschränken lässt. Das weiß inzwischen jeder, sagt auch jeder. Aber die Atomdebatte, also wenn man die in Deutschland gewinnt und zu Catenon oder zu einem polnischen Standort verliert oder hilflos zuguckt, wenn in Weißrussland ein wirklicher Katastrophenreaktor in Betrieb genommen wird, das ist einfach noch nicht gut. Und deswegen, ich habe mich gefreut, dass wir in Deutschland jetzt erstmal damit durch sind. Aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung eben zumindest für uns in Europa eine relevante Auseinandersetzung bleiben wird. Und selbst wenn das jetzt ökonomisch scheinbar keinen Sinn macht zu bauen, kann ich nur sagen, in Finnland, in Großbritannien und in Frankreich werden zu ökonomisch wahnsinnigen, irren Bedingungen gerade neue Reaktoren gebaut. Und also Fridays for Future ist ja eine internationale Bewegung. Herr Jordan, Sie haben vieles auch jetzt schon wieder einsammeln müssen an die Gedanken. Wahrscheinlich haben Sie auch vieles beizutragen. Ich würde gerne noch was zu den Kosten sagen. Also die Kraftwerke mussten ja für den Rückbau mussten die Rücklagen bilden und so hat auch jedes Kraftwerk dann im Laufe seiner Betriebszeit dieses getan. Wenn ein Kraftwerk nicht in Betrieb gegangen ist, wie Jülich, hat es natürlich keine Rücklagen gebildet und dann muss irgendjemand dafür aufkommen, der die Anlage dann zurückbaut. Aber in den meisten Fällen war es eben so, dass die Anlagen diese Rücklagen gebildet haben und dafür Geld da war, um das dann auch zu tun. Dann gab es, ich meine, das war 2017, eine Vereinbarung mit der Bundesregierung. Und zwar, bitte? Ja, das war eine Verständigung über die Kosten, die einmal für die Endlagerung der Hochradioaktiven und der Mittel- und Schwachradioaktiven. Das hat der Bund jetzt übernommen. Dafür haben die Betreiber, ich meine, das waren 25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Da ist auch noch ein Risikopuffer, glaube ich, von 30 Prozent irgendwie drin. Und die Betreiber haben also dann das Geld für sich behalten, was sie für den Rückbau inklusive der Verpackung brauchen. Also jeder Betreiber hat eben eine gewisse Summe, die er dann einsetzen kann und damit auskommen muss, um diesen Rückbau zu bewerkstelligen. So und so hat natürlich dann über die Betriebszeit jedes Kraftwerk über Abschreibung, das ist eine normale Anlage wie jede auch, Industrieanlage, macht also ihre Abschreibung und irgendwann kommt es in die positiven Zahlen und verdient Geld. Und man hat sicherlich auch gutes Geld verdient. Und was Ähnliches ist ja dann passiert nach 2000 mit der sogenannten EEG-Umlage, wo eben über diese Umlage ja die regenerativen Energien unterstützt werden sollten. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert, weil natürlich auch nicht so der Wille da gewesen ist, jetzt überall Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen, in erster Linie waren es ja Windkraftanlagen aufzubauen. Das ging also sehr schleppend. Nichtsdestotrotz gab es die Umlage und die wurde ja dann über die Verbraucher ja auch verteilt und in den letzten Jahren waren es, glaube ich, pro Jahr 25 Milliarden Euro, die als EEG-Umlage gezahlt worden ist durch die Verbraucher. Und das ist ja nun kein unerheblicher Betrag. So und nach 2011, nachdem dann nochmal die Karten neu gelegt worden sind, musste man dann ja gucken, wenn man jetzt aussteigt aus der Kernenergie, dann muss irgendwie Ersatz her und deswegen war dann eben die Möglichkeit gesucht und gefunden, über noch mehr Gas dann eben das zu kompensieren, damit man aus der Kernenergie aussteigen kann. Aber weil wir auch vom Preis gesprochen haben und ist jetzt die Atomenergie eine besonders teure oder eine günstige, die günstige am Markt waren immer die regenerativen Energien. Die Braunkohle war auch relativ günstig und dann kamen dann schon die Kernkraftwerke und zu guter Letztes die Gaskraftwerke. Und warum sind in den letzten zehn Jahren keine Gaskraftwerke entstanden? Weil die einfach viel zu teuer war. Also kein Betreiber hat jetzt Geld in die Hand genommen für Gaskraftwerke, die vielleicht von 8.700 Betriebsstunden im Jahr oder 8.000 Betriebsstunden im Jahr nur 1.000 laufen, weil sie einfach zu teuer in diese sogenannte Merit Order hineingekommen sind und eben gar nicht angefordert sind. Und dann hat man die Anlagen halt stehen lassen und haben eigentlich nur zu viel Geld gekostet. Und deswegen sind auch keine Gaskraftwerke gebaut worden. Also soviel nochmal zu den Kosten. Felix Mattes nochmal? Das gibt es natürlich permanent neue Vorloggen. Also um mal mit einem Mythos aufzug. Die deutsche Energiewende und der Atomausstieg hat weder auf der konzeptionellen Ebene noch auf der realen Ebene basiert auf einem massiven Anstieg der Gasverstromung. Das war in UK so. Wir haben in Deutschland kein steigende Gasverstromung gehabt, sondern das ist relativ konstant geblieben. Warum das so war, hat auch viel mit CO2-Bepreisung. Aber das ist wirklich ein Mythos, dass der Ausstieg in Deutschland basiert auf der Idee, wir machen jetzt ganz viel Erdgas. Das ist in der Energiestatistik nicht zu belesen. War konzeptionell nicht so. Das war immer, und das ist uns damals vorgeworfen worden, war immer basiert, wir versuchen so viel wie möglich erneuerbare Energien ins System zu bringen. Wie gesagt, ich bin ja so ein alter Emissionshandelsmensch und wir haben uns mit berühmten Professoren dieses Landes umgestritten. Warum macht ihr die Alternativen so teuer über das EEG? Guckt nach England, den Dash for Gas, die machen das allein über Emissionshandel viel billiger. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir heute 40% Gasverstromung und nicht 10%. Also das ist wirklich Quatsch. Das gehört zu den Mythen, die man abbreitet. Ich will aber bei einer Sache noch mal, Rebecca, total beispringen. Was auch aus der Geschichte, was noch mal wichtig ist, dass wir in Deutschland einen aufgeklärteren Diskurs über Risiko hatten. Das hat auch historische Gründe, weil Deutschland der geplante Kampfplatz des Atomkrieges war. Also für die Jüngeren von uns, googelt mal Fulda Gap. Da kommt ein großer Teil des Risikobewusstseins her. Nämlich, dass in Deutschland diskutiert worden ist über die Strukturen von Risiken. Das hat ja WBGU irgendwann mal gemacht. Das Atom ist damals so als dieses berühmte Damokless-Risiko. Wo nämlich einem riesengroßen Schadensumfang eine sehr kleine Eintrittswahrscheinlichkeit gegenübersteht. Und das hat, wie gesagt, auch wieder für die Älteren von uns, die kennen noch Alfred Voss. Das war einer der prominentesten Atomprofessoren in Stuttgart. Der hat das ja dankenswerterweise 2013 auch noch mal ausgerechnet. Ich habe es mir extra noch mal herausgezogen. Ein richtig großer Katastrophenunfall in Deutschland. Volkswirtschaftliche Kosten vom Sechsfachen des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Das hat er dann multipliziert mal 10 hoch minus 6. Und da kommen dann relativ geringe spezifische Kosten raus. Aber diese großen, absoluten Kosten, diese Debatte, dass die da sind, Das ist eine ganz wichtige Dimension, ohne die man in der Debatte nicht bestehen kann. Und die Frage ist, in einer Welt, wo das Fulda-Gap nicht mehr bei jedem im Hintergrund mitläuft, wie sensibilisiert man für dieses Bewusstsein? Wir haben das in Tschernobyl erlebt. Das haben wir aber nur deswegen hier so klar mitgenommen, weil man in West-Berlin dann irgendwann mal keinen Kopfsalat mehr am ersten Mal gegessen hat. Genau, also ich war rein zufällig aus völlig anderen Gründen am 11. März 2011 in Japan und habe miterlebt, was da passiert ist. Also ich habe es live miterlebt und ich habe mit den Kollegen im Meti damals Tür an Tür gesessen, die die Evakuierung von Tokio geplant haben in diesen Zeiten. Das sind Dinge, die wir wieder ins Bewusstsein rücken müssen. Und da bin ich auch bei Rebekka. Das Zeug ist nicht wirtschaftlich. Eukoloto, Flammernwil und so weiter ist alles ein Albtraum. Aber wir kommen in eine Phase der Repolitisierung von Energiepolitik. Und es werden Staaten diese Dinger bauen, koste es, was es wolle. Und das heißt sozusagen, dieses Zurückziehen, das ist alles unwirtschaftlich. Das ist ein verstärkendes Element und je liberaler das Land ist, umso einfacher wird das. Aber wir haben eine Repolitisierung von Energiepolitik. Und da Resilienz wird beliebig viel Geld ausgegeben werden. Und wir sind natürlich alle bei Energie immer ganz wichtig. Aber in meinen schwarzen Stunden vergleiche ich immer das Investitionsverhalten der deutschen Energiewirtschaft mit dem Umsatz der deutschen Baumärkte. Und wenn Sie diese Relation herstellen, sagen Sie, man kann da ganz viel Geld ausgeben. Und das wird auch machen. Das heißt, wir müssen diese Risikodebatte unter den neuen Voraussetzungen, dass es diese Klimageschichte gibt, dass wir aber Fulda-Gap vergessen haben und dass wir auch gelegentlich wieder mal die fossischen 14,1 Billionen ausrechnen müssen, was das bedeutet, weil eben Tschernobyl und Fukushima eben dann auch nur alle 25 Jahre mal passieren. Und das ist eine Debatte, die geführt wird. Und das ist eine Verantwortung auch von den Älteren, ehrlich gesagt, dass wir das in die Debatte tragen müssen. Zu den Risiken und den neuen Gegebenheiten will ich gleich nochmal einsteigen. Aber Annika Rittmann hat sich auch nochmal gemeldet. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich glaube, vielleicht einmal nur, weil das zu einem Nebensatz anklang. Die Klimagerechtigkeitsbewegung steht auf dem Boden der freiheitlichen Grundordnung. Und das ist eine der höchsten Dinge, die für alle klar ist, dass wir friedlichen Protest machen in verschiedenen Aktionsformen. Und ich glaube, auch da dann eben zu gucken oder da ist die Bereitschaft dann zu lernen, was sind die Aktionsformen, die dann funktionieren, glaube ich, super groß. Ich glaube, wo man es sich vielleicht so ein bisschen zu einfach macht, ist so, also wir stellen ja nicht die Frage nach diesem System, in dem alles passiert, weil wir so Bock haben, diese Frage zu stellen, sondern weil man nicht darum herumkommt, diese Frage zu stellen, um die Antworten zu finden, die es braucht. Und ich glaube auch, und das ist aber vielleicht anders und weniger bewusst passiert, dass sie auch in der Frage nach Atomkraft schon gestellt wurden. Aber weniger auf dieser Ebene von, wir stellen diese Frage jetzt, sondern dadurch, dass man Protest organisiert hat, dadurch, dass man gesagt hat, es muss sich was ändern, hat man die Frage gestellt von, hilft es denn jetzt irgendwie so ein höher, schneller, weiter auf jede Kosten zu machen? Ich glaube, es ist einfach nur anders diskutiert worden. Und auch wir als Klimabewegung, glaube ich, diskutieren das nicht auf einer Ebene von, auf der irgendwie andere linke Bewegungen vielleicht zu Systemfragen diskutieren, sondern wir fragen das ja immer auf einer ökologischen Ebene. Und ich glaube, das ist super wertvoll, von verschiedenen Perspektiven auf dieses System, in dem wir so leben, zu gucken. Was, glaube ich, auch noch viel mehr in den Fokus gerückt werden muss, gerade wenn man darüber nachdenkt. Zum einen, es ist ja nicht sicher, also das ist ja nicht nur nicht nur teuer, sondern es ist ja auch kein sicherer Strom. Also wir haben Strom nach Frankreich exportiert, weil AKWs nicht laufen konnten, weil es zu warm war. Und ich glaube, dass noch mehr in den Fokus gerückt werden muss. Und das ist das, was wir als Klimabewegung auch viel versuchen. Und ich glaube, was aber in der Debatte um Kernenergie noch mehr in den Fokus rücken muss, gerade auch nach der Frage nach so neuen Risiken. Mit jedem Tag, wo das Klima risikoreicher wird und wo es heißer wird, steigen die Risiken, ein Kernkraftwerk zu betreiben. Also überlegen wir uns, was wäre, wenn im Ahrtal ein Kernkraftwerk gestanden hätte? Dann wäre uns das um die Ohren geflogen. Und wenn in Frankreich Kernkraftwerke abgeschaltet werden, dann passiert das, weil es immer wärmer wird. Weil wenn die Außentemperaturen wärmer werden, dann kann die Kühlung nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, diese Risiken von diesem kippenden Klima, die werden auch in dieser Debatte um, ist Kernkraft eine Lösung für Klimakrise ganz doll vergessen. Weil es einfach zusammen nicht funktioniert. Und weil wir das Klima nicht einfangen werden, früh genug, um in Anführungszeichen, das irgendwie einigermaßen tragbar zu betreiben. Und ich glaube, man muss noch mehr über die Gemeinsamkeiten sprechen von so, wir subventionieren so Energie durch. Und da kommen wir wieder auf eine systemische Ebene, die nicht funktioniert. Und das passiert bei Kohle und das passiert bei Kernenergie. Und wir fangen an, auch in diesem System an so Grenzen zu stoßen. Also keine Versicherung hat Bock, ein Kernkraftwerk zu versichern, weil es einfach nicht versicherbar ist. Und genauso müsste man doch jetzt an den Punkt kommen, zu sagen, eigentlich hat schon jetzt auch keine Versicherung mehr Bock, ein Kohlekraftwerk zu versichern oder jegliche andere fossile Technologie, weil man die Klimakrise nicht versichern kann. Und eigentlich müsste man doch anfangen, mit Versicherungen darüber zu sprechen, dass, wenn sie ein Kohlekraftwerk versichern, sie de facto am Ende Klimaschäden mitbezahlen müssen. Und ich glaube, diese Debatten und diese Parallelen in der Debatte noch größer und präsenter zu machen, weil das Risikobewusstsein, glaube ich, dann teilweise bei Kernenergie vielleicht doch noch größer ist als bei so Klima, was noch sehr weit weg scheint manchmal, kann, glaube ich, auch sehr helfen, Leuten diese Parallelen noch begreifbarer zu machen und dann auch in eine andere Richtung diese Frage nach Energiepolitik zu politisieren. Weil ich glaube, die Frage ist super politisch, aber für mich ist die Frage, kann jede Person sich Energie leisten, und zwar sichere Energie? Und dann ist die einzige Antwort natürlich so, erneuerbare auf dem Dach, erneuerbare vor der Tür oder das Windkraftwerk, was von einem Kollektiv betrieben wird. Das Risiko der möglicherweise dann eben technologischen Fehlentscheidungen mit Blick auf den Klimawandel wird ja immer sichtbarer. Insofern ist das etwas, wo sicherlich die Parallele auch herkommt, dass die Sichtbarkeit von Risiken ein ganz zentrales Thema ist. Für mich, um ehrlich zu sein, war das tatsächlich eine der ersten Erinnerungen in meinem Leben, dass ich auf dem Spielplatz nicht spielen durfte nach Tschernobyl. Und das ist natürlich ein reales Risiko, das dann sichtbar geworden ist. Und wenn man heute sich anschaut, in welchem Land dieser havarierte Reaktor liegt, Rebekka, das kennst du gut, die Ukraine, das ist ein Land im Krieg mit 15 laufenden Atomkraftwerken. Eines davon, Saboritscher, wurde schon genannt hier. Wie gehen wir eigentlich mit dieser Dimension auch des Risikos um? Die ist ja schon nochmal, das macht es ja schon nochmal viel präsenter auch und sichtbarer. Du hast eben auf das belarussische Kraftwerk nochmal verwiesen. Das hat eine neue Qualität des Risikos, des Umgangs mit solchen Technologien. Also mein Eindruck ist, gerade auch, weil ich mich ja sehr gut daran erinnere, wie 1986 Deutschland auf die Katastrophe von Tschernobyl reagiert hat, Deutschland reagiert auf die täglichen atomaren Risiken im russischen Krieg gegen die Ukraine so gut wie gar nicht. Also es ist meiner Meinung nach ein Thema, das völlig unterbelichtet ist und vielleicht auch aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus. Aber das ist natürlich eine wahnsinnige Situation, eine wirklich wahnsinnig und aberwitzig gefährliche Situation. Und das steht fest seit den allerersten Stunden dieses Krieges, den Putin im letzten Jahr der Ukraine erklärt hat. Weil in den allerersten Stunden dieses Krieges ist zuerst das Sperrgebiet von Tschernobyl besetzt worden und wenig später gab es die Kämpfe zur Besetzung des größten Atomkraftwerkes in Europa, Saporizia. Das ist etwas, womit niemand gerechnet hat. Warum niemand damit gerechnet hat, ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Ich glaube, weil einfach niemand damit rechnen wollte. Ich kann mich erinnern, dass ich in einer der Phasen der Auseinandersetzung um die Renaissance der Atomkraft so ein kleines Wademekum nochmal rausgegeben habe, geschrieben zusammen mit Freunden, so wie Felix Mattes, waren in erster Linie Franzosen damals beteiligt. Und da gab es ein kleines Kapitel, das hatte die Überschrift, Atomkraftwerke sind wie vorinstallierte Bomben für Terroristen und für angriffslustige Staaten wie ein Geschenk. Da haben wir dann länger diskutiert, ob wir das so veröffentlichen oder nicht veröffentlichen, weil ich selber gesagt habe, also ich weiß zwar, dass das stimmt, aber uns wird Hysterie vorgeworfen werden. Lass uns an den Formulierungen feilen. Inzwischen ist jetzt seit einem Jahr klar, dass ein Krieg geführt wird, in dem diese Atomanlagen strategisch eingeplant sind. Also sowohl Tschernobyl als auch Tschernobyl sollte als Zone dienen, um den Aufmarsch gegen Kiew besser organisieren zu können. Und Saporischir ist klar, man schwächt ein Land, in dem man seine großen Kraftwerke besetzt. Was dazu noch kommt, zu diesen beiden Risiken, die manchmal auftauchen in der deutschen Debatte, ist, dass durch die permanente Bombardierung der Energieinfrastruktur nicht nur die Stromversorgung von diesem großen Kraftwerk Saporischir, sondern auch von den drei anderen Atomkraftwerken der Ukraine, die so im Land verteilt liegen, von Nord nach Süd, dass da auch immer die Versorgung gefährdet ist. Wir haben mehrere Situationen gehabt, wo die Notstromsituation durch fehlenden Diesel nicht gut ausgesehen hat. Also mehrere Situationen waren für diese AKWs so, dass sie nah an einem ganz großen Störfall gewesen sind, dass Transformatoren immer wieder angegriffen worden sind und zerstört worden sind, dass das Netz zusammengebrochen ist, das Stromnetz zusammengebrochen ist, bedeutet auch, dass für diese Atomkraftwerke kritische Situationen entstanden sind, weil sie auch unter Druck geraten, wenn sie plötzlich nicht ins Netz einspeisen. Und dieses Rauf- und Runterfahren von alten Atomkraftwerken, die seit ganz langer Zeit, ich würde sagen, wirklich über dem Anschlag eigentlich laufen, weil der Strom unbedingt gebraucht wird, dieses Rauf- und Runterfahren, darüber können Sie wahrscheinlich mehr sagen als ich, aber ich denke, dass das eine ziemlich belastende Situation ist, besonders wenn rundherum auch noch Krieg ist. Also es ist ein wahnsinnig großes Risiko, was sich da entwickelt hat. Und in Deutschland spricht man lieber über den möglichen atomaren Schlag, als über dieses Risiko, was da täglich von den Leuten bewältigt werden muss. Und ich halte das eigentlich für falsch. Ich glaube, dass darüber unbedingt geredet werden muss, weil meiner Meinung nach in einer Welt, die man wirklich nicht als friedlich, demokratisch und stabil dauerhaft sehen kann, verbietet sich doch mit dieser Erfahrung, dass Atomkraft im Krieg zum Ziel der kriegsführenden, angreifenden Partei wird, verbietet sich doch eigentlich die Diskussion über die Weiterverbreitung der Atomkraft. Auf jeden Fall sollte dieser Slogan der IAEA, Atoms for Peace, dann endlich mal gestrichen werden. Britta, vielleicht an dich nochmal, ist das eine Thematik, die unterschätzt wird in der Außensicherheitspolitik, die ja jetzt, sage ich mal, auch vor neuen Gegebenheiten steht? Also bei uns nicht. Wir haben auch seit Ausbruch des Krieges und des Angriffskrieges von Putin auf die Ukraine seit dem 24. Februar letzten Jahres immer angemahnt und immer darüber geredet, was diese hohe Gefährdung ausmacht, gerade mit Saporizhia. Rebecca hat ja angesprochen, es sind ja noch zwei, drei Kraftwerke mehr, aber der Hauptfokus, auch wenn überhaupt öffentlich, lag ja darauf. Wir haben auch in der ganzen Sicherheitsfrage immer wieder versucht, schon vor dem Ausbruch des Angriffskriegs zu sagen, wie sieht es eigentlich aus mit den riesigen Flugzeugabsturz, terroristische Bedrohungen und, 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 und. Das ist eine unangenehme Debatte gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, die nie so richtig hoch kam, weil man sich ein bisschen davor gedrückt hat. Aber sie war Thema, sowohl im Parlament als auch in den Ausschüssen des Parlamentes. Immer wieder ist sie von unserer Seite thematisiert worden, aber nie richtig groß gemacht worden. Oder es ist nicht gelungen, sie so groß zu machen, wie sie eigentlich einen Stellenwert haben müsste. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Die ganze Sicherheitsfrage, die ganze atomrechtliche, bundesbehördliche Aufsichtsfrage. Lasst uns alle mal auf das letzte Jahr zurückblicken. Welch geringen Stellenwert sie in teilweise der veröffentlichten Meinung oder auch der Auseinandersetzung im Parlament hatte. Versorgungssicherheit und die Sorge davor, ob wir jetzt in eine Energieversorgungskrise kommen, hatte einen so großen Raum. Wir haben immer wieder gesagt, nein, AKWs werden nicht einfach verlängert. Ja, wir sind schon über der Sicherheitsüberprüfung. Wir werden, wenn wir hier den Rahmen reißen, wir müssen rein in die neuen Sicherheitsüberprüfungen. Und diese ganzen Fragen sind immer wieder versucht worden zu negieren, dass es wirklich bemerkenswert, in welchem Ausmaß sozusagen die Sicherheits- und Risikotechnologiefrage in den Hintergrund gerückt ist. Und ich stimme allen zu. Also Felix Mattes, ich bin sowieso dankbar, dass Sie die ostdeutsche Perspektive angesprochen, als sozusagen Aufgewachsenen im Westen, neben den Niederlanden, habe ich die nicht so gehabt. Aber, und deshalb bin ich Ihnen dankbar dafür. Ich habe das in Bezug auf dann die Katastrophe von Tschernobyl so erlebt. Für mich in der Wahrnehmung auch, dass Ost und West die Bewegungen da wahnsinnig aktiv waren, gemeinsam. Aber für Leute meiner Generation oder noch älter, ehrlich gesagt, wissen wir doch alle ganz genau noch, was wir am Tag der Katastrophe von Tschernobyl gemacht haben, oder? Ich weiß das. Bei mir läuft, wenn ich darüber nachdenke, die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen feiert dieses Jahr ihr 40-Jähriges im Parlament. Wenn ich mit jungen und mit älteren Abgeordneten rede und denen, die da schon gelebt haben, und zwar nicht im Sandkasten so wie Jan Philipps, sondern vielleicht ein paar Jahre älter waren. Und wenn ich die frage, was habt ihr an dem Tag gemacht, dann gibt es ganz eindrückliche Berichte. Ganz viele Leute, für die war das ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ich bin als junge Frau in Köln gewesen an dem Tag. Und es hat angefangen zu regnen. Und ich habe gedacht, ich muss mich vor dem Regen schützen, weil wir die ersten Informationen und Nachrichten hatten. Ich weiß, dass mein Ausschussvorsitzender in Bielefeld des Umweltausschusses öffentlich irgendwie darüber geredet hat, dass man Spinat und Gemüse essen kann. Solche Dinge haben sich bei mir eingeprägt damals. Das waren so Entlastungsstrategien nach dem Motto, ihr könnt doch, Felix Mattes hat über den Salat in Berlin gesprochen. Und die Sicherheits... Ja, also ich sehe schon, ein paar von uns wissen noch sehr genau. Und das war eben so einschneidend, glaube ich. Und das hat die Debatte in Deutschland einfach so maßgeblich beeinflusst. Und ich denke auch oft darüber nach, Rebecca, du hast das angesprochen, es ist ja ein Phänomen, dass es eben nicht in ganz Europa gelungen ist. Und natürlich, wenn ich gesagt habe, Samstag war ein besonderer Tag für uns dann hier in Deutschland. Ja, wir haben jetzt gerade 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert. Wir haben uns mit den französischen Abgeordneten getroffen und auch mit vielen Grünen in Frankreich. Ja, der Diskurs, der da gerade läuft vor dem Hintergrund, was du beschrieben hast, Annika, dass da letztes Jahr 27 Kraftwerke nicht am Netz waren. Wegen der Sicherheitsüberprüfung, wegen der Frage, dass die Flüsse ausgetrocknet waren und, 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 und. Im nationalen Diskurs im Parlament spielt das keine Rolle. Das ist, das ist auch mir. Deshalb, natürlich, wir sind nicht durch mit der Debatte. Im europäischen Diskurs überhaupt nicht. International auch nicht. Aber ich glaube, wenn uns das gelingt, und da würde ich gerne noch mal an Felix Mattes kurz anknüpfen, in der Regierungszeit der ersten grünen Regierungsbeteiligung ist es ja gelungen, nicht nur die Atomnovelle, sondern auch das EEG zu machen. So, und das war eine Erfolgsgeschichte und die wurde dann doch wieder irgendwie ein bisschen abgewürgt dann, weil wir haben, das EEG ist dann so oft verändert worden, dass es nicht mehr so ganz erfolgreich war. Und jetzt ist es ja auch so. Jetzt am 15.04. ausgestiegen und gleichzeitig alle Kraft in den Ausbau erneuerbarer Energien. Und das muss jetzt eben ein zweites Mal gelingen. Und zwar vor dem Hintergrund, den ihr einfordert. Und da hast du ja vollkommen recht. Es geht viel zu langsam angesichts der Dramatik der Klimakrise. Viel zu viel geht zu langsam. Aber ich glaube, darin liegt halt eine Chance, jetzt voll auf die Erneuerbaren zu setzen. Und das Thema Atom ist für uns national längst nicht durch. Wenn wir uns vorstellen, dass 34 die ersten Genehmigungen für die Zwischenlager auslaufen, wenn wir darüber reden, was es heute schon bedeutet, wenn Sie allein das Wort Zwischenlagerverlängerung oder Bereitstellungslager in den Mund nehmen, geschweige denn Endlagerstandort, dann wissen wir, was wir für eine Verantwortung haben, die Frage von Atom weiter zu bearbeiten. Wir haben auch heute immer noch die Urananreicherungsanlage in Gronau. Wir haben noch Lingen. Also wir haben noch etliche Baustellen in Sachen Atom. Ich kann nur sagen, ich kenne so ein Zwischenlager, das hat eigentlich gar keine richtige Genehmigung. Und man sagt immer nur, gut, aber es ist ja trotzdem da. Also es ist fiktiv genehmigt. Okay, ich habe jetzt Uwe Jorden und auch Annika Rittmann und Felix Mattes noch mal drauf. Ich würde danach die Gelegenheit geben, vielleicht für diejenigen, die hier auch noch mal aus dem Publikum sich melden wollen, da noch mal drauf einzugehen. Und will vielleicht Uwe Jorden an der Stelle einmal zuwerfen, an einem Moment auch mal zu sagen, nach den Jahrzehnten des Betriebs kann man trotzdem ja auch dankbar sein für diejenigen, die in den Kraftwerken gearbeitet haben, auch an Sie, dass es dort nicht dazu gekommen ist, zu dem, was wir in Tschernobyl erlebt haben und auch in Fukushima. Das kann man auch sagen. Und nichtsdestotrotz werfe ich Ihnen natürlich auch die Frage danach zu, wie schätzen Sie auch dieses Risiko eigentlich ein? Es freut mich besonders, dass Sie das doch mal hervorheben. Und ich möchte in dem Zusammenhang natürlich nicht jetzt die Mannschaft von Brockdorf, dass diese Würdigung denen gerecht wird, sondern alle, die über die letzte, das waren ja auch 60 Jahre, wo man also an der Entwicklung der Kernenergie gearbeitet hat. Und das waren sicherlich viele, viele tausend Leute, die mit viel Engagement dafür gesorgt haben, dass die Kraftwerke, wie wir sie heute haben und jetzt abgestellt haben, eigentlich zu den Weltbesten gehören. Einmal, was auch die, hat sie gelacht? Ja, was die Betriebshistorie betrifft natürlich und auch die Sicherheit. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Sicherheit. Und ich finde es auch höchst bedänglich, was Rebecca Harms gesagt hat, was da in der Ukraine passiert mit der Besetzung der Anlagen. Und kein Mensch hätte das für möglich gehalten. Kein Mensch hätte auch für möglich gehalten, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, dass Kinder entführt werden oder weggebracht werden. Aber der Putin macht es halt nicht so. Inwieweit ist es jetzt gerechtfertigt, darüber nachzudenken und vielleicht andere Dinge in den Blick zu nehmen? Das Thema Flugzeugabsturz, kann ich auch nur sagen, ist für die deutschen Anlagen. Die sind, je nachdem, welcher Flugzeugtyp da nun damals bei der Errichtung die Rolle gespielt hat, sind die dagegen ausgelegt. Das ist, weiß Gott nicht, in jedem anderen Land und die Diskussion über die Laufzeitverlängerung. Das waren ja nur jetzt diese dreieinhalb Monate. Und inwieweit ist jetzt die Sicherheit der Anlagen dadurch eigentlich beeinträchtigt, verletzt worden? Also beileibe kann man jetzt nicht sagen, wenn die Anlagen jetzt dreieinhalb Monate länger fahren, wären sie dadurch unsicherer. Denn wären sie auch an dem 1. Januar schon unsicher gewesen. Und das, was immer diskutiert wird, ist die sogenannte Sicherheitsanalyse. Da wird eigentlich nur per Dokumentation überprüft, ob in den letzten zehn Jahren sich irgendwelche Dinge ergeben haben, die von solch relevant sind, dass die auch erhebliche Nachrüstungen nach sich ziehen. Es ist aber ja so, dass jede Landesregierung jedes Jahr, wenn die Anlage ihre Inspektion zu Ende gebracht hat, die Überprüfung durchführt und bestätigt, dass die Anlagen dann auch nach dem Stand von Wissenschaft und Technik sicher sind und weiter betrieben können. Was mich persönlich jetzt eigentlich nur stört, ist, also uns als Betreiber war seit 2010 gefreut, dass die Laufzeitverlängerung jetzt kommt. Die wurde ein halbes Jahr später eingeholt. Und ein paar Monate später war dann klar mit dem neuen Atomgesetz, dass es feste Abschaltdaten gibt für die Anlagen. Und da haben wir uns darauf eingestellt, die acht Anlagen, die jetzt in 2011, jetzt von heute auf morgen natürlich, vor die Situation gestellt worden sind, war das natürlich beliebig schwierig. Und es hat natürlich auch erstmal eine ganze Zeit gedauert, bis dann die entsprechenden Anträge, Genehmigungsanträge gestellt worden sind. Man braucht nämlich für einen Rückbau einen Genehmigungsantrag, der dann auch natürlich beschieden wird. Also wussten wir alle, was da auf uns zukommt und haben da auch mitgelebt und haben auch rechtzeitig natürlich dann auch diese Unterlagen erstellt und haben die auch eingereicht und haben auch schon diese Vorbereitungen getroffen, die es braucht, Kontrakte gemacht mit den Firmen, die nachher diese Rückbautätigkeiten auch durchführen, sodass man dann auch gewappnet ist, wenn dann die Genehmigung kommt, man das auch starten kann. Also insofern war das eigentlich alles klar, so mit dem, mit diesem Krieg dort in der Ukraine und der besonderen Situation, was die Energieversorgung jetzt in Deutschland betraf, insbesondere, weil eben die Gasversorgung ja mehr oder weniger abgeschnitten worden ist und da lagen wir ja über 55 Prozent an Gas, was geliefert worden ist, Öl wurde zurückgefahren. Dann hätte man, meine ich, wirklich darüber nachdenken können, ob man jetzt diese drei Anlagen jetzt, um eine gewisse Sicherheit zu haben, auch wenn immer gesagt wird, ja, das sind ja nur fünf oder sechs Prozent, macht den Kohl nicht fett. Ja, aber wenn ich nichts habe, dann versuche ich natürlich auch das noch irgendwie mit in die Waagschale zu tun, was ich dann noch habe und die Anlagen, die kosten kein Geld mehr. Wenn ich jetzt neu bauen müsste, dann müsste man natürlich sehr viele Milliarden in die Hand nehmen, aber die sind nun mal eben da und die jetzt abzuschalten und nicht mehr als Teil in der Hinterhand zu haben, das finde ich eigentlich ja nicht in Ordnung, energiewirtschaftlich nicht in Ordnung und ich meine, man wäre auch in der Lage gewesen, indem man neue Brennelemente beschafft, die dann noch zwei, drei Jahre in Betrieb zu lassen. Nichtsdestotrotz wurde nach diesem Wind, festgestellt, dass für die Versorgung, für die Stromversorgung in Deutschland es tatsächlich nicht notwendig gewesen ist, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Debatte, die geführt wird und das geben Sie hier nochmal wieder. Genau, Annika Rittmann. Ich würde nur nicht sagen, dass wir auf vollem Kurs sind, erneuerbar rauszubauen, so viel fossile Infrastruktur, wie noch ausgebaut wird und ich glaube auch, dass man teilweise gerade so Fehler wiederholt und das finde ich ganz gruselig, die man gerade zum dritten Mal macht, also man müsste doch meinen, dass man nach dem Ausstieg, also zumindest nachdem er beschlossen wurde, aus der Kernkraft und dann bei der Kohle das mit Gas, mit den Erschädigungszahlungen hinbekommt, aber ehrlicherweise sehe ich, dass wir bald, wenn wir irgendwann aus fossilem Gas aussteigen, dass wir wieder vor der Frage stehen, dass wir Unternehmen irgendwie Milliarden an Entschädigungszahlungen zahlen, weil man mit dem jetzt Neubau von Gaskraftwerken es nicht hinbekommen hat, denen jetzt schon feste Endtermine zu setzen und sich aus diesen ganzen internationalen Handelsverträgen, die so für diese Entschädigungszahlungen sorgen, sich da so rauszuziehen und das finde ich ganz gruselig, also wirklich, wenn man diesen Fehler zum dritten Mal macht, und nicht mal überlegt, was bräuchte es eigentlich jetzt für neue Diskurse und was kann man auch lernen aus diesen Debatten, die so geführt wurden in diesen, mal gucken, wie wir jetzt in Ostdeutschland aus der Kohle rauskommen, weil ich sag jetzt mal, in diese zwei Ausstiegszyklen, sondern so da jetzt zum dritten Mal reinrennen und auch zu überlegen, was sind vielleicht Diskurse, in denen man sich verrannt hat, weil ich habe schon das Gefühl, dass auch durch Lützerath und so, dass auch die Grünen sich teilweise in so Debatten verrannt haben, um Energiesicherheit, in denen man sich nicht hätte verrennen müssen, weil so klar ist, dass mit neuen und mit anderen Diskursen, anderen Maßnahmen, man sich nicht nochmal auf diese Debatte um Kernkraft hätte einlassen müssen, um Lützerath, um Kohle einlassen müssen und dass auch jetzt, also es wird ja einfach, und das hatten wir eben auch schon, so eine komplett faktenferne Debatte geführt, also dass da irgendwie von, auch total unangebracht, irgendwelche Beileitssachen von der CDU gepostet werden, also das ist ja ganz, ganz absurd und ich glaube, dass man sich teilweise da auf so Debatten einlässt, die man nicht führen müsste und damit die Debatten größer macht, als sie eigentlich sind, weil am Ende, also wir werden auch ganz viel auf so Podien eingeladen und dann sitze ich da und sage irgendwie, Klima ist wichtig und wir müssen aus der Kernkraft aufsteigen und dann sitzt auf der anderen Seite jemand, der sagt, okay, aber Kernkraft finde ich gut und dann wirkt das wie so eine gleichgewichtige Debatte von die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das und die sind beide gleich stark, aber das ist ja einfach nicht so, also die Mehrheit der Leute will das ja nicht und die Mehrheit der Leute will Klimaschutz und ich glaube, dass bei der Kernkraft man aus diesen Fehlern, die da gemacht wurden, auch so in dieser Debatte um Energiesicherheit, auch um den Ukraine-Krieg sehr lernen könnte und was ja auch untergegangen ist, dass wir ganz viel des Urans aus Russland bekommen, also auch das ist ja keine unabhängige Energieversorgung und ich glaube, auch da werden wir so weiter aneinander ecken, energiepolitisch immer wieder, dass ich mir wünschen würde, dass man sich da auf einige Diskurse auch nicht herablässt und leichtsätzlich guckt, wie man Menschen die Angst nimmt, irgendwann im Dunkeln zu sitzen, weil das ist ja immer so das drohende Szenario, was irgendwie in den Raum gestellt wird. Nächstes Mathis noch. Ja, vielleicht nochmal, also ich will jetzt gar nicht über die Frage von Gaskraftwerken rumzackern, die müssen wir differenzierter führen, glaube ich, ist aber nicht das Thema. Sozusagen nochmal als Kontrastprogramm zum Salat im Mai 1986. Also ich war ja in der Umweltbewegung da aktiv und hatte ein Gefühl dafür, was das war, aber jetzt mal die zynische Bemerkung, in Ostberlin ist den meisten der Mai 1986 in Erinnerung geblieben, was da frisches Gemüse gab, was nämlich in Westberlin nicht mehr absetzbar war. Also gerne, nee, nee, das ist also gerne immer mal den Außenblick versuchen in der Debatte. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das Zweite, und da bin ich einfach nochmal ganz bei Rebecca. Wir müssen, also wie, also der Alfred Voss war ein cooler Typ und das sage ich ohne jede Ironie. Das war ein strammer Atommensch, aber mit dem habe ich die besten Diskussionen geführt, die schärfsten Diskussionen, weil die Argumente geführt werden. Aber ich finde es nach wie vor jetzt schon ein bisschen problematisch, dass ich heute musste ich mal durch meine ganzen Archive durchgucken, wer hat denn das letzte Mal die Kosten von einem großen Atomausfall ausgerechnet? Alfred Voss 2013. Ja, und wir haben heute das Jahr 2023. Diese Debatte ist untergegangen und die müssen wir nochmal führen. Und wie gesagt, wie die Welle einer Flugzeugturbine, ob das jetzt bei den Konvoi-Reaktoren dann der A380 war oder nicht. Diese Debatte kann man auch nochmal für Zwischenlager führen, dann wird es ganz gruselig bei diesen Debatten. Aber diese Debatte muss man führen. Und die muss man auch wieder neuer führen. Weil wie gesagt, das ökonomische Argument allein wird am Ende des Tages nicht tragen, weil Energiepolitik repolitisiert wird. Wir werden aber auch nochmal, und das ist glaube ich nochmal jetzt auch eine Lektion der Anti-AKW-Bewegung aus der Vergangenheit, dass sie immer in der Lage war, neue Themenlagen zu aggregieren und zu integrieren. Und weil ich so ein bisschen mit Japan verbandelt bin und die Zeit dort miterlebt habe, eins der neuen Themen, die wir führen müssen, ist die Resilienz Resilienz von Klimapolitik, die als wesentliche Säule eine Hochrisikotechnologie beinhaltet. Also nochmal, Japan hatte gar kein schlechtes Klimaschutzprogramm. Vor Fukushima hatten die 30% Atom und wollten das aus 40% aufbauen und waren da auf gar keinem schlechten Klimaweg. Die sind heute bei 7% Atom. So, und kriegen den Rest nicht wieder hin und streben jetzt 22% an. Das heißt also, Klimapolitik war nicht resilient, weil sie basiert hat auf einer Hochrisikotechnologie, die natürlich akzeptanzsensitiv ist. Und zwar massiv akzeptanzsensitiv. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir führen, wenn das Klimaproblem die zeitliche Dimension nicht hätte und wenn es nicht darum geht, ginge das, die Emissionen schnell zu reduzieren und Klimaneutralität zu tun haben. Und wenn man nicht an die neoklassische Wirtschaftstheorie glaubt, wo Anpassungsgeschwindigkeiten unendlich sind, dann ist die Resilienz von Klimapolitik in Bezug auf Hochrisikotechnologien ein total wichtiges Thema, was adressiert werden muss. Und es gab in den 90er Jahren einen interessanten Artikel, der hieß immer Can nuclear contribute to climate mitigation? Climate mitigation? Und da war die Antwort triple or quit. entweder man verdreifacht oder man geht raus. Und die Verdreifung hätte dann einen Preis. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, dass wir diese Debatte sozusagen integrieren müssen in das. Und der letzte Punkt, und da bin ich ein bisschen weniger entspannt als Frau Hasselmann. Wir sind mit dem Atomausstieg bei Klimapolitik und bei einer Klimapolitik, wo Fridays for Future sagt, die ist nicht ausreichend. Wir sind all in gegangen. Und wenn wir dieses all in inklusive aller unangenehmen, auch für die Grünen, unangenehmen Themen, wenn wir diesen Systemwettbewerb nicht gewinnen, dann wird die Welt weder klimaneutral noch resilient klimaneutral. Und ich glaube, dieses all in in seiner Dramatik haben wir an vielen Stellen noch nicht begriffen. Und viele Diskussionen, die da auch in grünen Kreisen geführt werden, auch mal Gaskraftwerke, Wasserstoff und so weiter und so fort, sind da ein Problem. Weil wir sind jetzt dazu verdammt, das sage ich mal ganz pathetisch, der Welt zu zeigen, dass wir mit struktureller Modernisierung ein klimaneutrales und risikoärmeres System bereitstellen können. Das ist jetzt unsere historische Mission. Und das müssen wir durch. Auch noch in der Doppel zu schnell. Das meine ich ja sozusagen mit Klimaneutralität. Aber da muss man einfach, wir sind symbolisch mit letzten Samstag all in gegangen. Und wir müssen das bestehen. Und wenn wir das nicht bestehen, dann haben wir nicht nur klimapolitisch ein Problem, sondern dann haben wir auch in Bezug auf Sicherheit und risikoärmere Energieversorgung der wilden Bären Dienste. Und das ist an vielen Stellen nicht angekommen. So, das ist der Blick aus der Veranstaltung nach vorne. Das, was noch vor uns liegt, der Abend auf dem Podium neigt sich dem Ende zu. Gut, nichtsdestotrotz, das hatte ich ja angekündigt, will ich auch ein, zwei Fragen, die ich gesehen habe, mit dran nehmen. Richte aber zu Beginn dieser Abschlussrunde ins Publikum vielleicht eine Frage in das Publikum, nämlich an Eva Quistop, die hier vorne sitzt, auch eine derer, die sich schon sehr früh in der Anti-Atom-Bewegung mit engagiert haben, gemeinsam mit ihrer von Stephen Meil da schon erwähnten Mitstreiterin Petra Kelly und das ist vielleicht auch der Zugang zu der Frage, weil du hast 1977 bei dem schon erwähnten Kalten Brüder, schnellen Brüder, meine Güte, die Geschichte ist schon so weit weg, dass man sich sowas nicht mehr merkt. Kalt blieb er immer. Genau, kalt blieb er immer, genau, und jetzt haben wir die Kurve gekriegt, da hast du deine ersten Flugblätter sozusagen damit verfasst und ich habe aber ein Zitat aus einem Interview von dir, das fand ich total spannend, da sagst du, der kreative Aktivismus der Frauen als zentraler Punkt, nach einem gemeinsamen Tee kam dann immer eine Widerstandsidee und dann der Satz das, also die Atomfrage war von Anfang an ein Frauenthema. Das finde ich interessant, auch nochmal anknüpfen an das, was Stephen Mulder zu Petra Kelly gesagt hat, hat das ja auch nochmal hervorgehoben, vielleicht abschließend zum heutigen Abend, was ist der besondere Anlass gewesen eigentlich, dass das so ein Frauenthema geworden ist und was steht dahinter, Eva? Also biografisch ist es bei mir wahrscheinlich, weil ich ja hier die älteste, bitte? Achso, ja, biografisch ist es bei mir wahrscheinlich sozusagen von der politischen Sozialisation her damit verbunden, dass ich eine 68erin bin hier aus West-Berlin, also da die ganzen politischen System- und Antisystem-Debatten und auch die Fragen Aktionsformen, das Wort Gewaltfrei gab es noch nicht mal, sondern die Frage war, welche Art von Revolution ja eher und so weiter, aber die Frage war schon, ob man Molotow-Cocktails wirft oder ob man Gewalt gegen Polizisten ausübt und ich denke, hätte ich diese Debatten in der 68er-Zeit hier in West-Berlin nicht schon bestehen müssen und danach kam dann als Antwort auf 68, weil das ja doch sehr von Machos und Männern bestimmt war, auch die 68er-Theorie-Debatten, Bücher, Teach-Ins und wer da in Zeitungen erschien und Redelsführer war oder als Redelsführer galt, das In gab es da noch nicht, kam dann die Frauenbewegung auch als Antwort darauf und durch beides bin ich ja aktiv hindurchgegangen mit Theorie und mit Aktion und ich glaube, wir hatten natürlich damals andere Debatten in der Frauenbewegung als heute, einiges kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber mir ist heute eingefallen zum Thema Atommüll, ich habe damals mit dem Versuch feministischer Theoriebildung gedacht, das ist doch typisch für das Patriarchat, ja, sie machen auf schneller, höher, weiter oder wie du das auch gerade gesagt hast, Annika, also Wirtschaftssystem schneller, höher, weiter und dann denken sie überhaupt nicht daran, wer den Müll raus trägt beziehungsweise wie Müll ist, also so eine Art Theoriebildung haben wir ernsthaft gemacht, ich glaube auch, dass man die ernsthaft ausführen kann, auch zum Beispiel, dass man erstmal schnell was Schönes, Großes bauen will, schneller und größer, also Turmbau zu Babylon, Turmbau zu Babel war für uns auch ein Sinnbild oder natürlich der Vergleich zu Raketen oder zu immer schnelleren und größeren Autos, dass wir also dabei waren, ja das Patriarchat zu erkennen als Frauenbewegung und auch nicht alles, was die neue Konsumgesellschaft nach dem Krieg anboten und nur bewundern wollten, sondern einen Wunsch hatten, dass nie wieder so ein Krieg passiert, dass es nie wieder Faschismus gibt, das war auch eine Energie und auch eine Frage, die in uns steckte, darum haben wir auch die Atomfrage sehr systematisch behandelt, gesellschaftspolitisch sehr systematisch behandelt, ja und damals konnte man noch etwas freier und naiver sagen, dass Frauen das alles besser machen würden, also dabei bin ich dann auch im Laufe der 30 oder 40 Jahre nicht geblieben, aber die Frage war, warum denkt keiner an den Müll, warum macht sich keiner Gedanken um den Müll und warum denkt man auch, dass sozusagen Schmutz und Gefahr immer nur direkt zu sehen sein muss, wir sagten dann auch, Frauen haben mehr Ahnung von Gesundheit, also die ganzen Gesundheitsgefahren um die Atomenergie oder sonstige Umweltschäden drumherum haben wir auch besprochen, also ich bin ganz dankbar, dass Tiven diese beiden Frauen, die ich persönlich noch kennenlernen durfte, genannt hat, ich nenne jetzt nochmal ein paar Frauennamen aus Gurleben, Marianne Fritzen, Lilo Wollny, Rose Fenselau, Rebecca kennt ihr ja, ich durfte das erste Interview mit ihnen machen und habe die Gurleben Frauen mitgegründet, also eigentlich habe ich überall und das war aber nicht nur ich, das war ein Stück Zeitgeist, ich weiß nicht, ob Rita das noch erlebt hat, sowohl in Wiel wie in Lahag, wie in, bei der Stadtbahn West, wie in Kalkar, wie in Gurleben und ich hatte enge Verbindungen mit der Anti-Atom-Bewegung damals nach Kalifornien, also ich habe Freundinnen, die ähnlich wie ich 50 Jahre lang in Kalifornien in der Anti-Atom-Bewegung sind, übrigens auch in Japan, die Frauenbewegung, Reste von 68, die frühe Frauenbewegung und die Umweltbewegung und dann die neue Friedensbewegung waren miteinander vernetzt und haben sich auch teilweise praktisch miteinander vernetzt. Da möchte ich noch mal Bezug nehmen auf das, was Felix sagte. Mir war es nach meinen Erfahrungen von 68 und Frauenbewegung ganz wichtig, weil wir ja ein neues Deutschland in Anführungsstrichen, klein geschrieben, neues Deutschland aufbauen wollten, dass wir ein breites soziales Bündnis sind, also das, was Habeck jetzt auch in den Wahlkampf gebracht hat mit Bündnissen. Also ich denke schon, dass ich mit einigen strategisch daran gearbeitet habe, dass wir nicht im akademischen Studentenmilieu blieben, dass wir nicht im linksradikalen Milieu blieben, sondern dass die Bauern wichtig waren, dass die Winzer wichtig waren, aber was heute noch nicht gesagt wurde, auch Gewerkschafter. Wir haben lange Überzeugungsarbeit in die Gewerkschaften hinein gemacht gemacht und was wir als Bündnispartner hatten, was heute auch nicht erwähnt wurde, stärker als es heute möglich ist, die Kirchen. Hier habt ihr vielleicht bei den Fotos auch gesehen, da ist das Gurleben Gebet mit dem Kreuz. Die Pfarrer waren in allen, also so wie die radikalen Studenten und die alten Frauen mit ihrer Weisheit und mit ihrer Integrationsfähigkeit, waren überall auch die Pfarrer wichtig und ich habe noch erlebt, wie es die eine Demo in NRW 1977 für Kohle und Atom, für Kohle und Atom von drei Gewerkschaften zusammen organisiert. Fünf oder zehn Jahre später hatten wir aber schon die IG Metall auf unserer Seite und nach Tschernobyl hatten wir dann auch die SPD auf unserer Seite, also das zu Bündnisse bilden. Vielen Dank Eva für diesen Einblick auch noch mal. Jetzt sind wir fast am Schluss, aber ich will eine Frage hier aus der Mitte des Publikums zumindest noch mit dran nehmen. Vielleicht kommt das Mikro noch kurz rüber. Bitte. Hallo, also warum denkt keiner an den Müll? Das könnte in Kurzform meine Frage sein, aber ich hatte mich gemeldet, um Felix Mattes in einem Punkt zu widersprechen. Vielleicht stelle ich mich kurz vor, Daniel Lübert mein Name, ich bin von Beruf Physiker und in meiner Freizeit Sprecher des Arbeitskreises Atompolitik von Bündnis 90 Die Grünen und ich habe privat eine Tochter, die ungefähr so alt ist wie Annika Rittmann und die ich gelegentlich versuche zu überzeugen, dass man sich mit Atommüll beschäftigen sollte und sie sagt immer, ach, das sind diese Themen, die sind doch so 20. Jahrhundert, Papa, du musst mal im neuen Jahrtausend ankommen. Das korrespondiert mit dem, was Felix Mattes sagte, Stasi und Atommüll sind die beiden toten Pferde unter den Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Bei der Stasi würde ich vielleicht zustimmen, beim Atommüll definitiv nicht. Ich glaube, es ist auch eine große grüne Errungenschaft, dass wir nicht nur die Atomgesetznovelle hatten und das EEG, sondern auch ein drittes Gesetz, nämlich das Standortausfallgesetz, was aus meiner Sicht ein kulturhistorischer Fortschritt enormen Ausmaßes ist. Da steht nämlich drin, man darf nicht mehr, also es soll nie wieder vorkommen, dass man 40 Jahre auf Vorrat Müll produziert und erst danach darüber nachdenkt, wo man den eigentlich hin tun will. Und man darf ihn auch nicht mehr versuchsweise in die Asse kippen und denken, ach, wird schon gut gehen und vielleicht dauert es eine Weile, bis der wieder rauskommt, sondern man muss da mal ein bisschen rationaler rangehen. Und das steht in diesem Gesetz. Und da steht drin, wir haben einen wissenschaftsbasierten und partizipativen Prozess, in dem der bestmögliche Standort für dieses Endlager gesucht wird. Also da steckt auch ein großer Fortschritt für Bürgerbeteiligung und neuzeitliche Demokratie drin. Das finde ich ein gewaltiges Thema und das alles braucht Leute, die sich in diesem Prozess engagieren. Und ich glaube, das könnten die Leute, dieselben Leute sein, dieselben klugen und kritisch engagierten Leute, die früher die Anti-Atom-Bewegung getragen haben. Und dazu möchte ich sozusagen aufrufen, sich mit diesem Thema trotzdem zu beschäftigen. Und jetzt, um doch noch eine Frage zu stellen, will ich Felix Mattes fragen, ob das nicht vielleicht doch kein totes Pferd ist. Und ich nehme mir die Freiheit heraus, zu sagen, diese Beantwortung Beantwortung der Frage, die verlagern wir jetzt in den gemütlichen Ausklang des Abends und schmeiße sogar noch dazu, dass ich dafür anrege, darüber zu reden, ob nicht auch das Thema Stasi kein totes Pferd ist. Denn auch das gilt es weiter zu diskutieren. Für mich ein ganz toller Abend, der vor allen Dingen diese zeithistorische Einordnung nach vorne dreht und eben sich wirklich die Frage stellt, wo sind auch die Dinge, an denen wir weiterarbeiten müssen und wo wir die Erfahrungen aus der Vergangenheit eben auch aus dieser langen Geschichte, die weiter anhalten wird, sehr, sehr viele Jahre weiter mitnehmen. Ich bedanke mich bei den Podiumsgästen. Herzlichen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank auch an diejenigen, die hier präsenz heute gekommen sind. Ich denke, einige, wie gesagt, sind auch im Stream, aber die werden verpassen, dass wir jetzt draußen noch einen kleinen Empfang gemeinsam haben und uns ganz physisch miteinander weiter unterhalten können. Herzlichen Dank. Applaus